Edward Graham, Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes und die Menschenfalle im Alten Haus Seine weltberühmten Abenteuer Folge 1 Erstes Kapitel Die Menschenfalle im Alten Haus Helfen Sie mir, Mr. Holmes, ich weiß mir keinen Rat mehr. Meine ganze Hoffnung, das Rätsel zu lösen, sind Sie. Mit diesen Worten stürzte ein stattlicher junger Mann in das eigenartig eingerichtete Junggesellenzimmer des berühmten Detektivs, welcher eben tief über einige Retorten und Gläser gebeugt mit Aufmerksamkeit eine weisslich-graue, schäumende Flüssigkeit beobachtete. Einen Augenblick, mein Herr, entgegnete Sherlock Holmes mit seiner gewöhnlichen Ruhe, während seine Augen über die Gestalt seines Besuchers schweiften. Sie sind sehr erregt, nehmen Sie Platz und zünden Sie sich eine Zigarette an, damit Sie wieder etwas beruhigt werden. Nicht wahr, Sie kommen von South End, haben die Hochbahn, dann das Cap benutzt. Den letzten Teil des Weges sind Sie zu Fuß gelaufen, unterwegs genossen Sie in einer Bar hastig ein Frühstück. Der junge Mann, der atemlos in einen Sessel gesunken war, starrte auf den berühmten Detektiv, als wäre derselbe ein Wundermann. Sherlock Holmes aber hatte sich wieder über seine Gläser und Retorten gebeugt, um die schäumende Flüssigkeit nochmals aufmerksam zu prüfen. Mein Gott, woher wissen Sie denn das alles? rief der Besucher aufs Höchste überrascht. Sind Sie denn mit mir zusammengefahren oder können Sie Gedanken lesen? Keines von beiden, antwortete Sherlock Holmes mit Seelenruhe. Das Ticket der Hochbahn sieht ja aus Ihrer Brillentasche hervor. Auch tragen Sie an Ihren Beinkleidern noch deutlich die Spuren jener abscheulichen Decken, mit denen jetzt die Kutscher der öffentlichen Mietswagen ihre Fuhrwerke ausstatten. Diese Fasern widerstehen selbst den verzweifelten Bürsten. Und dass Sie in einer Bar ein ganz flüchtiges Frühstück genossen, sehe ich an Ihrem Schnurrbart. Sie haben sich keine Zeit genommen, den Rest des Bierschaums und des genossenen Brötchens abzuwischen. »Stimmt, stimmt«, rief der junge Mann. »Aber woher wissen Sie, dass ich von South End komme?« »Dort wird momentan alles kanalisiert«, erwiderte Sherlock Holmes gelassen. »Die Straßen befinden sich in ziemlich aufgeweichtem Zustand. Und der rötlich-gelbe Lehm, der noch an ihrer Stiefelsohle klebt, ist in South End zu finden. Doch genug.« »Mit was kann ich dienen?« Als Sie vorhin hereinstürzten, schien es fast, als ob Ihnen ein Mörder auf der Ferse sei. »Also, erzählen Sie mir, mein Herr, was ist geschehen?« Der junge Mann griff in die Tasche und zog vorsichtig ein Päckchen hervor. Es sah aus wie ein schwarzer Umschlag aus Wachstuch, und auf demselben waren mit roter Farbe einige absonderliche Zeichen gemalt. »Der Polizeiinspektor Philipp sagt mir, dass Sie längere Zeit in Indien gewesen wären,« »begann er tief atemholend.« »Deshalb wies er mich hierher, da er meinte, Sie wären imstande, die Bedeutung dieser geheimnisvollen Zeichen zu enträtseln. »Mein Name ist Henry Donaldson, und ich bin der Sohn des Major vom 11. Lancierregiments zu Bombay,« unterbrach ihn Sherlock Holmes auf der Stelle. »Er ist doch erst vor kurzem gestorben.« Der junge Mann schaute den Sprechenden voller Überraschung sprachlos an. Sherlock Holmes schien das gar nicht zu bemerken. Er nahm den dargereichten Wachstuchumschlag entgegen und öffnete denselben. Er enthielt ein kleines weißes Stäbchen mit verschiedenen parallel eingeschnittenen Kerben, ein winziges Täfelchen von einer schieferartigen Masse mit eingekritzelten weißen Zeichen und einen roh, aus einem Stückchen Brosse geformten, winzigen Totenkopf. »Das habe ich heute Morgen erhalten,« sprach der junge Mann, »zugleich mit diesem Brief hier.« »Oh, die Sache ist sehr ernst,« meinte Sherlock Holmes, indem er die Stirn in Falten zog, »ernster als ich dachte.« »Geben Sie mir doch den Brief mal her.« »Ich habe ihn bei der Polizei gelassen,« erwiderte Henry Donaldson. »Aber hier ist die Abschrift, welche nur einige Worte enthält.« »Da! Hier steht es!« »Der Diamant gehört nicht Ihnen, sondern unserer Vereinigung. Sie müssen denselben unter allen Umständen zurückgeben, wenn Ihre Weigerung nicht schlimmer Folgen haben soll.« Unter diesem Zettel standen wieder einige sonderbare Zeichen. »Ich würde mich ja wegen dieses Briefes, welcher mir gleichzeitig mit dem Wachstuchpäckchen übergeben wurde, gar nicht beunruhigen,« fuhr der junge Mann schwer atmend fort. »Jedoch sagte mir ein alter Herr vom Britischen Museum, der in unserem Hause wohnt, und welchem ich das Päckchen zeigte, dass diese eine gefährliche Drohung enthalte.« Er ist aber nicht genug in die Mysterien geheimer Verbindungen eingeweiht, um die Sache richtig deuten zu können. Deshalb riet er mir im ernstesten Tone, auf der Stelle zur Polizei zu gehen, da möglicherweise mein Leben in Gefahr sei. Und als ich seinem Rate erschreckt nachkam, sagte mir der Polizeiinspektor Phillips, dass er die Ansicht des alten Herren teile und die größte Eile notwendig wäre, um eine Katastrophe zu vermeiden. Er selbst konnte nicht im Geringsten helfen und wies mich an sie. Als ich nun auf dem Wege hierher die Hochbahn verließ und mir durch das Gedränge der Aussteigenden einen Weg bahnte, hörte ich dicht an meinem Ohr eine fremdartig klingelnde Stimme, welche mir zuraunte, »Denken Sie an den Diamanten! Befolgen Sie die Mahnung nicht, so ist Ihr Lebensfaden abgeschnitten!« Natürlich wandte ich mich sofort um, sah aber keinen Menschen neben mir, von dem ich vermuten konnte, dass er diese Worte gesprochen hätte. Es schienen alles Arbeiter und Kaufleute zu sein und niemand schien mich genau zu beachten. Da packte mich ein Grauen, zumal bereits etwas eingetreten ist, was ich mir noch immer nicht erklären kann. Und auch da vermute ich etwas Unheimliches, obwohl die Polizei mit einem einfachen Diebstahl rechnet. »Halt!«, unterbrach ihn Sherlock Holmes. »Sie brauchen mir nichts, weiter zu erklären. Was Sie meinen, ist mir bekannt, da ich den betreffenden Fall in den Zeitungen las. Ja, ich muss gestehen, dass ich schon drauf und dran war, mich auf eigene Faust mit dieser mysteriösen Sache zu beschäftigen. Ihr Vater hat, so kombiniere ich, von seinem Aufenthalt in Indien außer einigem Bargeld nichts mitgebracht als zwei ungewöhnlich wertvolle Diamanten, die er durch irgendeinen Zufall für eine geringe Summe erworben hat. Diese beiden Diamanten, welche ehedem die Krone eines indischen Fürsten schmückten und natürlich ein großes Vermögen repräsentieren, hat der Major ihnen und ihrer Schwester hinterlassen. Sie waren bereits im Begriff, um einen Hausstand zu gründen und sorglos leben zu können, einen der Diamanten zu verkaufen. Da sie aber über seinen Wert widersprechende Urteile hörten, so folgten sie dem Anerbieten ihres Vettas Archibald Donaldson, der ihnen sagte, »Ihr wüsste jemanden, der den Diamanten auf seinen wirklichen Wert hin zu taxieren verstände.« Sie vertrauten den wertvollen Stein ohne weiteres dem Fette an und Mr. Archibald Donaldson ging mit dem Diamanten in der Tasche fort, ohne sich bisher wieder bei ihnen sehen zu lassen. Nach längerem Zögern und mit schwerem Herzen haben sie den Vorfall der Polizei mitgeteilt und diese hat einen Steckbrief nach allen Richtungen der Windrose, ja, sogar nach der neuen Welt, gesandt in der Überzeugung, dass Mr. Donaldson mit dem Diamanten das Weite gesucht, um den Erlös für sich selbst zu verwenden. »Ja, so ist es,« erwiderte Henry Donaldson. »Das stand ja zu meinem größten Leidwesen in allen Tageszeitungen. Jeder sagte mir, »Archibald wäre ein Spitzbube, ein Betrüger.« »Das kann ich aber nicht glauben.« »Nein, wenn ich ihn so vor mir sehe mit seinem treuherzigen Gesicht, dann ist es mir immer, als müsste ich mir zurufen, »Archibald hat nicht schmachvoll an dir gehandelt.« »Sehen Sie,« erwiderte Sherlock Holmes, jetzt sichtlich interessiert, »es ist mir lieb, dass ich diese Ansicht aus Ihrem eigenen Munde höre.« »Ich hatte nämlich, weil mich die Sache hier«, er deutete auf die Gläser und Retorten, »gerade beschäftigte, keine Zeit, mich über die Eigenschaften und die näheren Verhältnisse Ihres Vätters zu orientieren.« »Sie halten ihn also für einen Ehrenmann, Mr. Donaldson?« »Ja, wahrhaftig«, entgegnete der Besuch, »sonst hätte ich ihm sicherlich den Kostbahnstein nicht anvertraut.« »Archibald ging bei mir ein und aus, und es bestand zwischen uns das herzlichste Verhältnis, welches man sich nur denken kann. Auch meine Schwester Elise schätzte ihn sehr hoch. Er hat auch meine Bekannten hohen lächelnd, das bekäme hierbei nicht in Betracht, wo es sich um ein so bedeutendes Vermögen handelt, wie es der Diamant repräsentiert, und sie nennen Archibald, wenn sie sein gedenken, einen elenden Dieb. »Mein lieber Mr. Donaldson«, erwiderte Sherlock Holmes, »Menschen sind manchmal unberechenbar.« »Und ich muss Ihnen gestehen, dass ich beim Lesen der Zeitungsnotizen selbst befürchte, Mr. Archibald Donaldson den Stein in der Absicht mitnahm, denselben schätzen zu lassen, und dass er dann durch einen besonderen Umstand verhindert wurde.« »Durch welchen?« fragte Henry Donaldson in atemloser Spannung. »Durch seinen Tod«, erwiderte Sherlock Holmes mit kalter Ruhe. »Und ich füge noch hinzu, dass dieser Tod kein Zufälliger war, sondern durch Gewalt herbeigeführt wurde. Mit anderen Worten, Ihr Vetter Archibald Donaldson ist ermordet worden.« Der junge Mann wurde leichenblass, als der berühmte Detektiv diese schrecklichen Worte sprach. »Ja, ermordet«, fuhr Sherlock Holmes fort, »und zwar einzig und allein um des Diamanten willen.« »Es scheint, dass Ihr Herr Vater in Indien diese Diamanten unter Umständen erwarb, welche noch der Aufklärung bedürfen.« »Genug.« »Es sind Personen vorhanden und aller Wahrscheinlichkeit noch in London wohnhaft, welche ebenfalls auf den Besitz dieses Steines Anspruch erheben.« Diese Leute streben auch nach dem Besitz des zweiten Steines, den ihre Schwester erhielt. Hier diese Zuschrift, denn so muss ich den Inhalt des Päckens bezeichnen, erkläre ich folgendermassen. »Auf dem Stäbchen befinden sich sieben Kerben, und jede Kerbe bedeutet einen Tag. Man lässt ihnen also sieben Tage Zeit als eine Art Galgenfrist. Diese Zeichen auf dem Täfelchen muss ich noch näher untersuchen, deshalb bitte ich, mir dasselbe hierzulassen.« »Und das Totenköpfchen aus Bronze?« fragte Donaldson, während ihm förmlich der Atem stockte. »Bedeutet, dass Sie das Schicksal Ihres Vetters teilen werden, falls Sie den Stein nicht herausgeben.« erwiderte Sherlock Holmes. »Jene Unbekannten schrecken vor keinem Gewaltmittel zurück, um sich in den Besitz der beiden Steine zu setzen.« »Und Sie glauben wirklich, dass Archibald ermordet worden ist?« fragte Donaldson. »Ganz gewiss«, entgegnete der Detektiv. »Daran zweifle ich keinen Augenblick mehr, nachdem ich diese geheimnisvollen Zeichen hier gesehen habe. Es gibt in Indien sehr viele geheime Verbindungen. Und jedenfalls ist Ihr Vater Mitglied einer solchen gewesen. Doch das tut jetzt nicht zur Sache genug. Der eine Diamant befindet sich höchstwahrscheinlich in den Händen von Schurken. Und diese begehren jetzt auch noch den zweiten Stein, welcher ihrer Schwester gehört. Diese Elenden vermuten wahrscheinlich, dass die junge Dame das Kleinod herausgeben würde, wenn sie hört, dass Ihr Bruder um des steines Willen in Lebensgefahr schwebt. Oder sollten Sie mit Ihrer Schwester nicht auf besonders gutem Fuss stehen?« »Im Gegenteil«, erwiderte Donaldson lebhaft. »Elise liebt mich zärtlich, zumal sie nach Archibalds Verschwinden außer mir fast gar keinen Verwandten mehr besitzt. Sie ist zwar kränklich und nicht imstande, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, »dennoch bin ich fest überzeugt, dass sie mit tausend Freuden das kostbare Juwel hergeben würde, um mein Leben zu retten.« »Selbstverständlich darf das auf keinen Fall geschehen«, sprach Sherlock Holmes. »Die Sache regt mich in höchsten Graden an, und ich bin entschlossen, Mr. Donaldson, von ihr und ihrer Schwester Interesse nach besten Kräften wahrzunehmen.« »Sprechen Sie jetzt nichts von Belohnung oder Entschädigung?« schnitt der Detektiv Donaldson das Wort ab, als dieser ihn unterbrechen wollte. »Sie wissen vielleicht nicht, dass ich die Fälle, die mich interessieren, meist aus Liebhaberei und nicht im Hinblick auf persönlichen Gewinn verfolge.« »Also, lassen wir das jetzt ganz aus den Spielen.« »Sie steht von jetzt an unter meiner Bewachung, welche sich später auch auf ihre Schwester ausdrehen wird, sobald ich es für nötig halte.« »Worläufig aber sind Sie der Alleingefährdete?« »Der Gedanke, jeden Augenblick von dem Stahl eines Mörders getroffen werden zu können, ist ja entsetzlich«, rief Donaldson, indem er aufsprang und die Hände an den Kopf pressend im Zimmer auf- und abging. »Da möchte ich ja fast wünschen, mein Vater wäre bettelarm aus Indien heimgekehrt. Ich bin jung und kräftig, ich kann mich ernähren, auch meine Schwester, wenn es zum Äußersten kommt. Hätten wir die Steine doch nie gesehen.« »Letzteres würde die Sache auch nicht um vieles ändern«, erwirte Sherlock Holmes. »Nach meiner Überzeugung ist es nicht allein der Besitz dieser kostbaren Steine, welcher ihr Leben gefährdet, sondern Ihr verstorbener Vater besaß Papiere, Notizen, durch deren Bekanntwerden gewisse Personen stark kompromittiert würden. Man fürchtet nun, dass Sie, Mr. Donaldson, gelegentlich diese Schriftstücke finden und Sie dem Richter oder der Öffentlichkeit übergeben werden. Darum ist Ihr Tod beschlossene Sache. Was Sie da eben über das Vorhandensein geheimer Notizen sagten, Mr. Holmes trifft in der Tat zu. Zwischen den hinterlassenen, sehr zahlreichen Dokumenten meines Vaters befindet sich nämlich ein eisernes Kästchen, welches ich nebst allen anderen Papieren in den Geldschrank eingeschlossen habe. Die Papiere in dem eisernen Kästchen sind für mich teilweise unverständlich. Sie enthalten eine Menge völlig sinnlos zusammengestellte englischer Worte. Zum Glück habe ich diese Papiere instinktiv aufbewahrt und sie Ihnen jederzeit zweckseinsicht zur Verfügung. Es ist gut, dass Sie die gleichen aufbewahrten, gab Schaule-Koms zur Antwort. Ich werde diese Dokumente einer genauen Prüfung unterziehen. Nun möchte ich Sie aber nochmals darauf aufmerksam machen, dass Sie ohne Zweifel von Ihren Feinden beobachtet werden. Der Unbekannte, welche auf der Station der Hochbahn die drohenden Worte zuflüsterte, ist Ihnen gefolgt und hat sicherlich gesehen, dass Sie zu mir gingen. Man kennt mich in London nur zu genau, besonders die Leute, die, wenn man Zusagen pflegt, ein böses Gewissen haben. Dieser Beobachter stellt genau fest, dass Sie sich schon längere Zeit bei mir aufhalten. Er schließt sicherlich daraus, dass Sie mir über alles Vorgefallene ausführlich Bericht erstatten und sich unter meinen Schutz stellen. Damit habe ich mich aber gleichfalls der Rache jener Unheimlichen ausgesetzt. Daher sage ich Ihnen, Mr. Donaldson, dass, nachdem ich Ihren Fall übernahm, die Verbrecher danach trachten, werden mich, Sherlock Holmes, aus dem Wege zu räumen, weil Sie meinen Spürsinn und meine nie erlarmende Energie zu fürchten haben. In dem uns bevorstehenden Kampfe gilt es also auch mein Leben. Und wir müssen doppelt auf der Hut sein, da wir es mit Leuten zu tun haben, die wahrscheinlich längere Zeit in Indien lebten, zum Teil vielleicht selbst in der Sind. Und das sind gefährliche Menschen, die mit allerlei Geheimmittel vertraut sind, die sich unserem Auge völlig entziehen. Doch hier heißt es vor allen Dingen, den Kopf oben behalten. Warten Sie noch einen Augenblick, ich komme bald zurück, und dann werde ich Sie nach Ihrer Wohnung begleiten. Der Detektiv hatte die letzten Worte mit solch fürchterlichem Ernst gesprochen, dass es Donaldson förmlich eiskalt ums Herz wurde. Jetzt entsann sich der junge Donaldson mancher Sonderbarkeit seines verstorbenen Vaters, den er erst nach dessen Rückkehr kennengelernt hatte. Die beiden Kinder des Majors, Elise und Henry, waren nämlich nach dem Tode ihrer Mutter in England erzogen worden und sahen den Vater erst wieder, als dieser aus der fernen Garnison zurückkehrte. Da war der Major allen Bekannten ganz verändert erschienen. Mit leidenschaftlichen Zärtlichkeitsausbrüchen gegen seine Kinder hatten wieder Stunden abgewechselt, in denen er finster und wortkarg im Hause umherschlich. Mehrmals hatte Henry Donaldson des Nachts Licht in dem Zimmer seines Vaters gesehen und diesen laut mit sich selbst sprechen hören. Meist geschah das in einer fremden Sprache, vermutlich in einem indischen Dialekt, denn der Sohn hatte kein Wort verstehen können. Spielte Henry aber darauf an, so geriet der Major förmlich in Wut. Mehrmals schien es aber auch, als wolle er irgendein streng gehütetes Geheimnis seinen Kindern offenbaren. Stets hat er sich jedoch im entscheidenden Augenblick anders besonnen und sich dann zuweilen für Stunden, ja sogar für Tage in seinen Gemächern eingeschlossen. Gerade kurz vor seinem Tode waren diese Anfälle am häufigsten gewesen. Besonders hatte der Major darauf gehalten, dass nachts alle Fenster fest verschlossen blieben. Er selbst hatte die Läden des kleinen, willenartigen Hauses revidiert, in dem er damals mit seinen Kindern wohnte. Morgens, wenn der Postbote kam, eilte er ihm in nervöser Hast entgegen, traf dann einen Brief aus Indien ein, so war der Offizier totenbleich geworden und hatte sich sofort mit dem Schreiben eingeschlossen. Diese Briefe hat er jedenfalls verbrannt, da Henry in der Verlassenschaft seines Vaters kein einziges dieser Schreiben entdeckte. So allein wie der Major in der letzten Zeit seines Lebens gestanden, so war er auch gestorben. Man fand ihn eines Morgens entzählt in seinem Bett hervor. Die Ärzte hatten nach sorgfältiger Untersuchung entdeckt, dass ein Schlaganfall dem Leben des täglich mehr erregt gewordenen Mannes ein plötzliches Ende gesetzt hatte. Alle diese Erinnerungen durchkreuzten das Hirn des jungen Mannes und erschrak förmlich empor, als die Tür wieder aufging und Sherlock Holmes eintrat. Die hagere Gestalt des berühmten Detektivs erschien Donaldson etwas verändert, aber wahrscheinlich war der lange Havelock daran schuld, den Sherlock Holmes trug. Auch fiel es Henry Donaldson auf, dass er ganz besonders dicke Wildlederhandschuhe trug. Der breitkrempige Hut war tief in die Stirn gedrückt und beschattete das bartlose Gesicht mit der unerschütterlichen Energie verratenden Zügen. »Lassen Sie uns jetzt gehen«, sagte der Detektiv zu seinem Besucher. »Wundern Sie sich nicht, dass ich einen Mantel trage, ich bin nämlich ein wenig erkältet.« Hier lächelte Sherlock Holmes eigentümlich. »Ich fröstle ein wenig, aber das hat nichts zu sagen. Ich will jetzt vor allen Dingen erst einmal die hinterlassenen Schriften Ihres Vaters prüfen, um einen Fingerzeig und Anhalt zu gewinnen.« »Es ist uns eine Frist von sieben Tagen gewährt.« »Das heißt eigentlich Ihnen.« »Und in diesen sieben Tagen kann und muss viel geschehen. Aber auch ich bin nur ein Mensch und ich bin sterblich.« »Der Himmel verhüte, dass Sie um meine Twillen ihr Leben einbüßen müssen«, erwiderte Henry Donaldson. »Bin ich doch ein Mensch, der Ihnen ganz fremd ist und völlig fern steht?« »Sie erlauben«, unterbrach Sherlock Holmes. »Es handelt sich hier um den Fall selbst. Der interessiert mich. Wenn ich einen Fall übernehme, dann trage ich auch die Konsequenzen, obwohl ich nicht verhehlen kann, dass ich jetzt wahrscheinlich einem der gefährlichsten Abenteuern meines ziemlich abwechslungsreichen Lebens entgegengehe.« Zweites Kapitel »Der Mann mit dem spanischen Rohr« Ehe die beiden Männer das Haus verließen, trat der Detektiv an das Fenster, das ein leichter weißer Vorhang bedeckte. Er lüftete denselben ein klein wenig und schaute durch den Spalt eine geraume Zeit auf die Straße hinaus, indem er die Umgebung genauer prüfte. Dann rief Sherlock Holmes seine Wirtin herein, eine gutmütig aussehende Frau, die jedenfalls sehr stolz darauf war, dass solch berühmter Mann bei ihr wohnte. »Gehen Sie einmal die Treppe hinab, Miss Hudson«, wandte sich Sherlock Holmes an die Frau. »Gehen Sie bis zum Haustor und kommen Sie dann wieder zurück. Ehe Sie aber diese Wohnung wieder betreten, steigen Sie noch eine Treppe höher hinauf und achten Sie dabei unauffällig auf jeden, den Sie sehen.« »Na, was haben Sie denn wieder vor, Mr. Holmes«, meinte die gutmütige Frau. »Da ist doch irgendetwas Besonderes im Werke. Oje, Mini, wie sehen Sie denn aus? Sie sind viel dicker als sonst. Was haben Sie denn da angezogen?« »Oh, nichts, nichts«, erwiderte Sherlock Holmes. »Tun Sie nur, wie ich Ihnen gesagt habe und sollten Sie jemanden treffen, den Sie nicht kennen. So betrachten Sie ihn möglichst genau, damit Sie ihn mir beschreiben können.« Die Wirtin ging, kehrt aber nach kurzer Zeit zurück mit dem Bescheid, dass sie weder auf der oberen noch auf der unteren Treppe einen Fremden gesehen hätte. »Gut«, meinte Sherlock Holmes, als wenn er nichts anderes erwartet hätte. »Ich dachte es mir schon. Wenn wir beobachtet werden, so sind die Betreffenden der Meinung, wir werden das Haus bald verlassen. Kommen Sie, Mr. Donelson, unserem Fortgehen steht nichts mehr im Wege. Alles Weitere werde ich Ihnen schon gelegentlich sagen.« »Wollen wir nicht einen Mietswagen nehmen und gleich nach meiner Wohnung in Southend fahren?« »Es würde nicht schaden«, entgegnete Sherlock Holmes. »Andererseits aber gelüstet es mich danach, recht bald zu erfahren, wer derjenige ist, der Ihnen folgt, der jetzt höchstwahrscheinlich mich beobachtet.« »Gut, nehmen wir einen Mietswagen.« »Höchstwahrscheinlich wird man an Ihrer Wohnung ebenso auf uns warten, wie hier bei meinem Hause.« »Aber Sie sprechen ja, als ob es sich um eine richtige Verschwörung handelt,« rief Donelson, der immer mehr in Schrecken geriet. »In der Tat, das ist auch der Fall. Und höchstwahrscheinlich haben wir es mit einer ganzen Anzahl Gegner zu tun, die es sich jetzt vor allen Dingen angelegen sein lassen werden, mich zu beseitigen. Denn ich bin ja derjenige, welcher den Unbekannten gefährlich werden kann.« Die beiden Männer traten auf die Straße, welche nur mäßig belebt war. Dennoch prüfte Sherlock Holmes mit ungewöhnlicher Sorgfalt die Umgebung, und Donelson bemerkte, dass Sherlock Holmes mit seinen scharfen, durchbohrenden Augen einem gut gekleideten Mann nachblickte, der es offenbar durchaus nicht eilig hatte. Dieser Mann schritt auf der gegenüberliegenden Seite der Straße entlang, und man konnte nur seinen Rücken sehen. Er war fast elegant gekleidet und trug in der Rechten ein spanisches Rohr mit silbernem Knopf. »Sehen Sie sich den Mann dort an, Mr. Donaldson,« sprach Sherlock Holmes zu seinem Begleiter. »Sie können sein Gesicht nicht sehen. Dieser Mann hat nichts Ungewöhnliches an sich, werden Sie denken. Aber es ist doch gut, wenn wir zwei denselben beobachten.« »Das ist ein Spaziergänger, der sich nur ab und an ein Schaufenster betrachtet,« meinte Donelson. »Fällt Ihnen denn an diesem Mann irgendetwas Besonderes auf?« »Nur eins,« entgegnete Sherlock Holmes, »nämlich die Art und Weise, wie er seinen Stock niedersetzt.« »Sehen Sie, wer das da? Wenn ein Spaziergänger ein spanisches Rohr in der Hand hat, so setzt er es ab und zu fest nieder und fuchtelt damit ein wenig herum. Das sind unwillkürliche Bewegungen. Jener Mann dort geht aber mit seinem spanischen Rohr ganz eigenartig vorsichtig um. Das ist auffallend, das ist verdächtig. Also merken Sie sich sein Aussehen. Ich glaube, wir werden ihn noch einmal zu Gesicht bekommen. »Kutscher, nach Southend.« »Bitte, Mr. Donelson, geben Sie dem Manne die Adresse.« Wenige Augenblicke später saßen die beiden Herren in dem Mietswagen, den der Detektiv herbeigewinkt hatte. Sherlock Holmes hatte zu Donelson geheimer Verwunderung einen geschlossenen Wagen gewählt, obwohl die Luft warm und angenehm war. »Mich fröstelt, ich sagte es ja schon,« erklärte Sherlock Holmes, als der Wagen auf der Straße langsam wendete. Und im gleichen Moment zog er das noch offen gebliebene Glasfenster empor, nachdem er schon beim Einsteigen das erste rasch aufgezogen hatte. Der Wagen fuhr in diesem Augenblick bei dem gut gekleideten Fremden mit dem spanischen Rohr vorüber und Donelson, der zu ihm hinüberblickte, glaubte zu bemerken, dass der Fremde flüchtig den Kopf dem Wagen zuwendete. »Der erste Fehlschlag für unsere Gegner,« sagte der Detektiv ruhig, indem er sich behaglich in die Polster des Wagens zurücklehnte. »Sehen Sie, daran hat der Beobachter nicht gedacht. Und wenn er die Absicht hatte, so rasch als möglich zu verhindern, dass ich Einblick in die Papiere erhielte, so wird er jetzt zu seinem Ärger wahrnehmen, dass auch ich alle Vorsichtsmaßregeln ergreife, um die Anschläge dieser Leute zu durchkreuzen.« »Einstweilen sind wir in Sicherheit.« »Einstweilen?«, fragte Donaldson stutzend. »Aber ich bitte Sie, Mr. Holmes, glauben Sie denn, dass Ihnen und mir schon jetzt irgendwelche Gefahr droht?« »Ihnen erst nach einer Weile,« lautete die gleichmütige Antwort, »so lange haben Sie Zeit,« das sagen die sieben Kerben bei der geheimnisvollen Sendung. »Könnte das nicht auch Stunden oder nicht auch Monate bedeuten?«, fragte Donaldson etwas zweifelnd. »Nein, es waren weder Stunden noch Monate,« entgegnete Sherlock Holmes, in dem er das seltsame Stäbchen aus der Tasche hervorholte. Sie sehen, hier am oberen Ende ist noch ein eigenartiges, strahlenförmiges Zeichen eingeschnitten. Das bedeutet »Tag«. Hätten die geheimnisvollen Absender Stunden gemeint, so wäre das hier oben durch einen kleinen Pfeil angedeutet. Monate würden durch einen halben Kreis bezeichnet sein. Hier handelt es sich nur um Tage. »Diese Geheimschrift ist mir bekannt, ein Irrtum, daher völlig ausgeschlossen.« Bis jetzt war Sherlock Holmes gesprächig, nun aber verfiel er in tiefes Sinnen. Während der langen Fahrt sprach er kaum noch ein paar Worte, sondern betrachtete nur von Zeit zu Zeit das kleine Schiefer-Täfelchen mit den rätselhaften Zeichen. Zuweilen griff er in die Tasche, um in einem kleinen Notizbuch allerhand Bemerkungen niederzuschreiben. Es schien Donaldson fast, als ob Sherlock Holmes eine Art Berechnung anstellte, indem er Zahlen und Ziffern niederschrieb, wie es geschieht, wenn jemand eine Geheimschrift enträtseln will. Endlich zog Sherlock Holmes noch eine dickleibige Brieftasche hervor, welche er eine Anzahl Zeitungsausschnitte entnahm, die er flüchtig überlas. Donaldson bemerkte, dass alles diese Ausschnitte das geheimnisvolle Verschwinden von Personen betraf, die, wie es so oft geschieht, in dieser Riesenstadt spurlos wurden. Diese Zeitungsausschnitte erschienen für Sherlock Holmes eine besondere Bedeutung zu haben, denn er hatte an dem Rand dasselbe weiße Papier geklebt und darauf verschiedene Notizen gemacht, die er jetzt mit größter Aufmerksamkeit verglich. Das Ziel war schon nahe, als Sherlock Holmes endlich die Brieftasche mit der Miene eines Mannes zusammenklappte, der sich auf der rechten Spur zu befinden glaubt. »Ich kann ja allerdings noch nicht fest und bestimmt behaupten,« murmelte er in halb lautem Selbstgespräch, »dass das alles miteinander zusammenhängt, aber es ist höchst wahrscheinlich. Das Verschwinden dieser vier Männer hier ähnelt dem Verschwinden Archibald Donaldson in ganz auffallender Weise, und es ist immerhin möglich, dass alle diese bisher nicht enträtselten Fälle an einem und demselben Ort ihre Aufklärung finden.« Diesen muss ich allerdings erst suchen, »aber er ist sicherlich in London zu finden, und ich möchte annehmen, an jener Stelle, wo der unglückliche Archibald Donaldson den Edelstein taxieren lassen wollte.« Dort hat sich das Drama abgespielt und sicherlich schon zum fünften, sechsten Male mit genauer Berechnung aller Umstände, sodass niemand Verdacht schöpfen konnte. »Da sind wir,« sprach Donaldson, als er den Wagen anhielt. »Sehen Sie, das ist unser Heim. Es wohnen nur drei Familien im Hause. Ein alter, pensionierter Beamter des Britischen Museums hat das Erdgeschoss gemietet. Wir sind hier in Southend in der Villenkolonie Ravensbourne.« »Aber das ist nicht das Haus, wo Ihr Vater starb?« fragte Sherlock Holmes, ohne sich mit dem Aussteigen zu beeilen. »Nein«, erwiderte Donaldson düster. »Mein armer Vater starb in Black Horse, welcher sich aber auch in der Nähe befindet. Damals, es ist nur erst wenige Wochen her, bewohnten wir das kleine Haus ganz allein. Nachher siedelten wir über, blieben aber in der Nähe von Black Horse, da wir hier Bekannte besitzen und schon um Elisas Willen hier in der Nähe bleiben wollten.« Es entging Donaldson nicht, dass Sherlock Holmes sich scharf nach allen Seiten umblickte, dann aber mit gewohnter Ruhe und gleichmäßigen Schritten durch den vorgarten willenartigen Gebäudeschritt. Wenige Minuten später befanden sich die beiden Männer in Donaldsles Wohnung. Die Geschwister waren gut, aber durchaus nicht luxuriös eingerichtet. Sherlock Holmes sah eine Bürgerwohnung, die sich in nichts von vielen tausend anderen unterschied. Das Einzige, was den Zimmern ein etwas abweichendes Aussehen verlieh, war eine Anzahl Dekorationsstücke, welches jedenfalls noch von dem Vater der Geschwister stammten. Allerhand Waffen indischen Ursprungs und eine Menge Geweih zierten die Wände und verrieten, dass der Major seiner Zeit ein großer Nimrod gewesen sein musste. Mrs. Donaldson kam den Herrn entgegen und blickte etwas erstaunt auf den berühmten Detektiv, der sich wie ein echter Kavalier vor der jungen Damen verneigte. Elise war noch sehr jung, reizend, aber ihr Gesicht zeigte eine durchsichtige Blässe, welche ganz besonders zarten Frauen meist eigen ist. In den dunklen Augen lag ein ängstlicher Ausdruck, eine bange Frage und Sherlock Holmes, der alles sah, gewahrte sofort, dass Donaldson die Wahrheit gesprochen hatte, als er sagte, dass er und seine Schwester mit der größten Zärtlichkeit aneinanderhingen. Die junge Dame betrachtete Sherlock Holmes, von dem sie schon viel gehört, mit großem Interesse. Sie hatte sich die Persönlichkeit des berühmten Detektivs ganz anders vorgestellt. Sie hatte geglaubt, er sei ein riesenstarker Mann mit stattlichem Bart, während sie jetzt ein mageres Gesicht mit durchdringenden Augen erblickte, mit Augen, welche, wie viele meinten, in die geheimsten Tiefen der menschlichen Seele zu schauen, vermochten. Donaldson zeigte sich wie ein Mann, der nicht zu den Schwätzern gehört und holte, nachdem sich Elise entfernt, ohne weiteres die hinterlassenen Papiere seines Vaters herbei, worunter sich jene besprochene, eiserne Kassette befand. Zunächst prüfte Sherlock Holmes die anderen Papiere, welche jedoch für ihn nicht von Interesse zu sein schienen. Es war eine Art von Tagebuch über den letzten Feldzug, eine ganze Menge Familienbriefe, die von der verstorbenen Frau des Majors herrührten. Abrechnungen und Dokumente aus der Militärzeit. Alles das hatte Sherlock Holmes in kürzester Zeit durchgesehen und jetzt machte er sich daran, den Inhalt der eisernen Kassette zu untersuchen. Kaum hatte er jedoch einen Blick auf die Papiere geworfen, als er sich an Henry wendete. Ich habe jetzt eine Bitte, sprach er, und zwar die, mich eine Stunde ungestört hier allein zu lassen. Bitte keine Erfrischungen, das Einzige, was ich wünsche, ist ein Glas frisches Wasser, das genügt mir. Wenn ich mit der Prüfung der vorliegenden Dokumente fertig bin, werde ich mich melden. Ich finde sie dann wohl im Nebenzimmer. Und dann möchte ich einen Blick auf den Diamanten werfen, auf das Eigentum ihrer Fräulein Schwester. Sie sagten, dass die beiden Diamanten sich völlig gleich sahen. Allerdings, erwiderte Donaldson, die beiden Edelsteine waren kaum zu unterscheiden, nur jener, welcher mit meinem Vetter verschwand, einen etwas bläulichen Glanz als der, den wir noch besitzen. Ein Vater sagte uns mehrmals, dass die Rajas von Indien eine Art Diadem trugen, in welchem zwei große Edelsteine den Abschluss bildeten, und zwei solche Diamanten waren es, welche das Vermögen unseres Vaters ausmachten. Sherlock Holmes befand sich allein und begann eine strenge Prüfung der sonderbaren Papiere, welche in der Art eine Anzahl sinnlos zusammengeschriebene englische Worte enthielten. Darunter befanden sich einige Schriftstücke mit rätselhaften Zeichen bemalt und Holmes schien gerade diese Zeichen als sehr wichtig zu betrachten. Er deckte die Papiere mehrmals zu, als wolle er durch den ziemlich durchsichtigen Stoff, aus welchem sie hergestellt waren, auf eine Übereinstimmung schließen. Endlich begann er in sein Notizbuch Zahlen zu schreiben und danach auf den Papieren die Worte zusammenzustellen, indem er verschiedene übersprang. Aber leicht war es sicherlich nicht, diese Geheimschrift zu enträtseln. Da hilft nichts, sprach Sherlock Holmes zu sich. Ich sehe ein, dass die Enträtselung dieser Schriftzeichen eines längeren Studiums bedarf. So viel weiß ich aber wenigstens, dass der Major mit einem jenem Geheimbunde, den er allem Anschein nach von einer gewissen Schuld nicht frei gewesen ist. Allerdings war er wohl derjenige, der den meisten Anspruch auf die beiden Edelsteine machen durfte. Aber es müssen noch andere gewesen sein, die gleichfalls ein Anrecht darauf zu haben glaubten. Und darunter befand sich eine Person, die dem Major nahe gestanden hat. Schade, dass er jene Briefe, die er zuweilen aus Indien erhielt, verbrannte. Sie enthielten sicherlich die Lösung des Rätsels, den Schlüssel, dazu glaube ich, in diesen Papieren finden zu können. Donaldson wunderte sich, als Sherlock Holmes, nachdem kaum eine halbe Stunde verflossen war, bereits bei ihm im Nebenzimmer erschien. Er glaubte, es sei auch dem berühmten Detektiv unmöglich gewesen, die Bedeutung der Papiere festzustellen. Nicht wahr? Sie halten diese Niederschriften auch für sinnlos? fragte der junge Mann mit angespannter Neugier in das unbewegliche Gesicht des Detektivs blickend. Durchaus nicht, erwiderte Sherlock Holmes. Die Entsifferung muss gelingen. Nur kann ich noch nicht sagen, wie lange ich dazu brauche. An zweien kann ich nichts mehr weiter tun als die Dokumente, wenn sie mir dieselben anvertrauen wollen, in meinem Heim auf das Genaueste durchzusuchen, um den Schlüssel zu finden, der diese Niederschrift lesbar macht. Jetzt habe ich sie nur noch zu bitten, mit den Diamanten ihrer Schwester zu zeigen. Dann kann ich sie bis auf Weiteres verlassen. Sie laufen vor, ist keine Gefahr. Wenn Anschläge von Seiten der Unbekannten vorbereitet werden, so gelten sie vorläufig allein mir. Donaldson hat inzwischen einen Geldschrank aufgeschlossen und holte ein schwarzes Etui hervor. Der Deckel sprang auf und drinnen lag auf schwarzem Samt ein funkelnder Edelstein von der Größe einer Nuss, der im wunderbarsten Farbenspiel schimmerte. Das ist das Vermögen meiner Schwester, sprach Donaldson, und fast genau eben solchen Stein von etwas bläulicher Farbe habe ich besessen. Der Erlös aus diesen beiden Edelsteinen hätte uns sicherlich ein sorgenfreies Leben verschafft. Ja, selbst der Wert eines dieser Steine ist genügend, um uns vor jeder Not zu schützen und uns ein angenehmes Dasein zu ermöglichen. Das ist richtig, erwiderte Holmes, indem er flüchtig das Etui emporhob. Ich kann mir wohl denken, dass bei solcher Kostbarkeit das Äußerste aufgeboten wird, um dieselbe zu rauben. Sie sind überzeugt, Herr Donaldson, dass kein Unbefugter ihre Wohnung betritt und niemand diesen Geldschrank öffnet? Fest davon überzeugt, erwiderte der junge Mann. Nachts werden die eisernen Rollschalussin herabgelassen und von innen verschlossen. Auch ist dieser Geldschrank, wie Sie sehen, vorzüglich gearbeitet. Er stammt ebenfalls von meinem Vater, der darinnen die beiden Diamanten mit ängstlicher Sorgfalt aufbewahrte. Er war geradezu entschlossen, einen der Diamanten zu verkaufen, als in der Tod ihn dahin raffte. Sie können sich wohl denken, dass nach diesem jähen Todesfall meine Schwester und ich den Verkauf des Steines verschoben, um denselben erst schätzen zu lassen. Jalocombs nickte nur, während Donaldson das Juwel wieder in den Geldschrank schloss und die verschiedenen Panzertüren versperrte. Hoffen wir, dass der Kampf um die Wiedererlangung des zweiten Steines so abläuft, wie ich es wünsche, bemerkte Holmes tief ernst. Ich sage es Ihnen nochmal, Herr Donaldson, Ihr Vetter ist kein Dieb. Er ist in eine Falle geraten, die man ihm stellte. Er hat das Schicksal jener Männer geteilt, über deren verschwinden ich unterwegs nochmals die betreffenden Zeitungsausschnitte verglich. London ist eine sehr große Stadt und gerade deshalb der Ort, an welchem auf schaurigste Weise jene Verbrechen verübt werden, von denen man in der nächsten Zeit nicht das Geringste ahnt. Sherlock Holmes leerte die Kassette, ordnete die Dokumente in zwei Päckchen und versenkte diese in die tiefen Taschen seines Havelocks. So, jetzt kommen Sie mit mir, Mr. Donaldson, wandte sich Holmes an den jungen Mann. Sie sollen mich wieder nach Hause begleiten, diesmal aber nehmen wir keinen Mietswagen, im Gegenteil, jetzt will ich das Verhängnis gewissermaßen herausfordern. Ich muss wissen, ob ich es wirklich mit gefährlichen Menschen zu tun habe, wie ich es glaube, und dann hören Sie zu. Sollte mir etwas Menschliches zustoßen und ich in Ausübung meiner Pflicht eines Meuchelmorders Handfallen, so nehmen Sie diese Papiere hier, welche ich zu mir steckte, sofort an sich. Es wird alsdann sicherlich eine neue Botschaft an Sie gelangen, des Inhalts, dass Sie diese Dokumente vor allen Dingen den Edelstein an einer bestimmten Stelle niederlegen sollen. Sollte ich als Opfer der geheimnisvollen Schurken fallen, so bleibt Ihnen nichts übrig, als den Willen jener Menschen nachzukommen und Ihnen diese Dokumente sowie das Juwel auszuliefern. Erfüllen Sie diese Anforderungen nicht, so teilen Sie und auch möglicherweise Ihre Schwester das Los ihres unglücklichen Vätters. Drittes in Restaurants und Cafés meistenteils ihre Kopfbedeckung aufbehalten. Sherlock Holmes behielt auch seinen Haverlock an, den er nur einfach aufknöpfte. Auch legte er zum Erstaunen Donaldsons die dicken Wildlederhandschuhe nicht ab, die seine Hände schützten. Der Kellner brachte einige Erfrischungen und die Zeitung herbei. Sherlock Holmes nahm die Times und gab seinen Begleiter eine andere von dem Riesenformat der englischen Zeitungen. »So, nun lesen Sie«, sprach Holmes, »oder Sie tun wenigstens so, als ob Sie lesen. Wahrhaftig, er hat es eilig. Da ist er schon.« Donaldson sah Holmes ganz verwundert an, der ruhig in der Zeitung zu lesen schien. Es war in der Tat jemand eingetreten und Donaldson erkannte mit einigem Erstaunen den elegant gekleideten Mann mit dem spanischen Rohr, welcher einen Augenblick suchend im Café umherblickte und sich dann in einiger Entfernung von den beiden Männern niederließ. »Sehen Sie nicht so scharf nach ihm hin, Donaldson«, flüsterte Holmes seinem Begleiter zu. »Es hat gar keinen Zweck, dass wir ihm sein Vorhaben erschweren. Im Gegenteil, ich will es gerade, dass er die Maske abwirft und zeigt, was er beabsichtigt.« »Aber ist das Zusammentreffen nicht Zufall?«, flüsterte Donaldson. »Glauben Sie denn, dass dieser Mann, den ich allerdings wiedererkenne und bis nach meiner Wohnung und uns auch wieder bis hierher begleitete?« »Selbstverständlich«, erwiderte Holmes. »Er ist uns in einer Droschke nachgefahren, hat Ihre Wohnung beobachtet und war auch in der Hochbahn, als wir zurückfuhren. Ich habe ihn immer gesehen, obgleich ich zugeben muss, dass er sich vortrefflich versteckte. Lesen Sie nur Ihre Zeitung und schauen Sie möglichst wenig oder gar nicht nach dem Manne hinüber.« Der schien mit Eifer die Zeitung zu studieren, so als ob diese ihn ungemein interessierte. Der verdächtige Fremde hatte sich gleichfalls in eine Zeitschrift vertieft und eine der riesigen Blätter entfaltet. Dabei schien er aber mit dem Stock mit dem silbernen Knopf, den er in seinem Arm gelehnt hielt. Ab und zu zu spielen, hob ihn auch zur Wallen empor und führte ihn ans Kinn, wie es manchmal Gelehrte zu tun pflegen, wenn sie über etwas nachsinnen. Sherlock legte ruhig die Zeitung beiseite und griff nach der Schokoladentasse, die vor ihm stand, um sie an den Mund zu führen. Er trank und schien ganz in seiner Beschäftigung versunken zu sein. In Wahrheit aber sah er auf das Allerschärfste nach dem verdächtigen Manne hinüber. Der schien nur darauf gewartet zu haben, dass Holmes trank. Der Stock lag jetzt waagrecht auf seinen Knien und während der Mann noch immer mit der Linken die Zeitung hielt, hob er den Stock immer höher empor, wobei er ihn wie zerstreut hin und her wendete. Donelson, der sich nicht enthalten konnte, einmal zu dem verdächtigen Nachbarn hinüber zu blicken, gewahrt er plötzlich, wie der anscheinend so zerstreute Fremde den Stock wieder in den Mund hob, ihn zugleicher Zeit aber mit einer blitzschnellen Bewegung in eine waagrechte Lage brachte. Im gleichen Augenblick sprang Holmes empor, klirrend fiel die Tasse auf den Tisch und zerbrach. Mit wenigen Sätzen war der Detektiv zum Staunen der Gäste an den Tisch angelangt, an welcher der Fremde mit spanischem Rohr gesessen hatte. Der Mann war mit blitzschnellen Bewegungen eines Panthers ebenfalls aufgesprungen. Er hatte einen Satz zur Tür gemacht, nur einen einzigen. Sherlock Holmes griff gerade nach ihm, als Donelson gewahrte, dass der Fremde wie ein Blitz getroffen zu Boden stürzte. Im Café war jetzt alles in Aufregung geraten. Die Kellner stützten herbei in höchster Verwunderung bald auf Sherlock Holmes, bald auf den Mann blickend, der am Boden lag. Der Detektiv beugte sich über den Regungslosen, fasste ihn bei der Schulter und drehte ihn auf den Rücken. Donelson, der ebenfalls hinzu eilte, meinte, er hätte in seinem Leben noch kein so grässlich verzerrtes Gesicht gesehen wie das von dem am Boden liegenden. Der Mund war geöffnet, sodass die weißen Zähne sichtbar wurden. Der Anblick war so grausig, dass Donelson, der dicht neben Holmes stand, einen leisen Ruf des Entsetzens ausstieß. »Das ist der Tod!«, rief der junge Mann unwillkürlich, als er in das zähneflätschende, verzerrte Gesicht des Mannes blickte. »Ja, das ist der Tod!«, erwiderte Holmes mit eisiger Kälte. »Es trifft sich oft im Leben sonderbar, dass derjenige, der einem anderen den Tod geben will, selbst davon ereilt wird, durch eigene Hand, ohne es zu wollen.« »Aber da kommen ja schon die Polizisten. Bitte, Platz machen, meine Herren!« Der letzte Zuruf Sherlock Holmes galt den Gästen des Cafés sowie den Kellnern, welche nicht wussten, was geschehen war, und meinten, den Fremden, der am Boden lag, hätte der Schlag gerührt. Sie wichen instinktiv zurück, als einige stattliche Männer rasch in das Café traten und sich Sherlock Holmes näherten, der das spanische Rohr des Toten ergriffen hatte. »Was gibt's mit ihm?«, fragte einer der Eintretenden, offenbar ein Kriminalbeamter. »Wir haben nach Verabredung hier gewartet.« Jetzt entsann sich Donelson, dass Holmes auf der Hochbahn eine Depesche aufgegeben hatte, durch die er sicherlich polizeiliche Hilfe nach dem Café beorderte. Er hatte also im Vornherein beschlossen, hierher zu kommen, in der Gewissheit, dass der unheimliche Verfolger dort auftauchen würde. »Hier ist jede menschliche Hilfe vergebens,« murmelte Holmes. »Wie das alles gekommen ist, werde ich Ihnen nachher erklären, wenn ich nach der Polizeistation komme. Am besten ist, wenn dieser Mann hier, der von einem so plötzlichen Tod ereilt worden ist, gleich fortgebracht wird. Ich komme bald nach.« Er war der Erste. Donelson blickte den Detektiv bei den Worten verständnislos an, denn die ganze Sache war ihm völlig rätselhaft. Holmes legte ihm beruhigend die Hand auf die Schulter. »Ich glaube, für heute ist genug geschehen,« flüsterte er dem jungen Mann zu. »Jetzt bedarf ich Ihrer nicht mehr, denn dem Anschlag, welchen ich voraussah, bin ich glücklich entgangen. Ich war auf alles vorbereitet. Es könnte höchstens der Fall gewesen sein, dass mein Gesicht getroffen wurde, denn ich konnte dasselbe mit den behandschuten Händen nur zum Teil decken. Aber genug davon. Fahren Sie also ruhig heim, Herr Donelson, und warten Sie ab, bis ich Sie wieder aufsuche. Jedenfalls wird das schon morgen geschehen.« Die Kriminalbeamten hatten inzwischen den Toten aufgehoben und in eine rasch herbeigeholte Droschke getragen. Sie fuhren eilig mit ihm davon, während sich die Gäste und Kellner zusammendrängten und förmlich scheu auf Sherlock Holmes blickten, der kaltblütig, so als sei nichts geschehen, das genossene Getränk bezahlte. Wenige Minuten später stand auch der Detektiv auf der Straße und suchte nach einem Mietswagen, der ihn, den sich schnell ansammelten Neugierigen, entziehen sollte. Dieser Schwarm von Neugierigen drängte sich sogar bis dicht an die Spiegelscheiben des Cafés und Holmes musste einige Zudringliche beiseite schieben, um weitergelangen zu können. In demselben Augenblick tauchte unter den Passanten ein junger, elegant gekleideter Mann mit hübschen, aber etwas verlebten und dabei zu gleicher Zeit wild verwegenem Antlitz auf. Sherlock Holmes machte eine jähe Bewegung. Er schien den Mann zu kennen, der urplötzlich neben dem Detektiv stehen blieb und ihn spöttisch und mit zornfunkelnden Blicken maß. Gleich darauf trat er näher. »Ich glaube, wir kennen uns,« flüsterte der Fremde mit zischender Stimme, während er die Rechte in die Tasche seines leichten Sommerüberziehers schob. »Ja, gewiss, wir kennen uns,« erwiderte Holmes. »Also wieder auf freiem Fuße, Hopkins?« »Schade. Nach meinem Dafürhalten hätten Sie länger hinter Schloss und Riegel bleiben können.« »Ja, an Ihnen hat es wahrlich nicht gelegen, Sherlock Holmes,« knirschte der Mann. »Sie hätten mir mehr zugedacht.« »Damals war die Partie zu ungleich.« »Aber jetzt habe ich einmal die Vorhand.« »Wirklich?«, meinte Holmes, während er den unheimlichen Mann nicht einen Augenblick aus den Augen ließ. »Ach, bitte lassen Sie Ihre Hand nur ruhig in der Tasche. Ich vermute, dass Sie Ihr Schnupftuch suchen. Aber es ist besser, Sie ziehen es nicht hervor. Ich könnte diese Bewegung falsch verstehen. Doch sagen Sie, wollen Sie vielleicht einen Bekannten im Café suchen? Einen Mann, der solch ein spanisches Rohr mit silbernem Knopf in der Hand trug, wie ich es hier in der Hand halte?« Ein Wutblitz schoss aus den Augen des eleganten Verbrechers. »Ich weiß nicht, was Sie wollen,« erwiderte er, »ich bin nur zufällig hier, ganz zufällig. Aber ich habe Ihnen die Jahre, die ich hinter eisernen Gittern zubringen musste, nicht vergessen.« »Wirklich?« »Ganz zufällig führt Sie Ihr Weg gerade hierher? Ei, das ist ja höchst merkwürdig, und doch scheinen Sie sich für Männer, welche so eigentümliche Stöcke mit sich führen, gewaltig zu interessieren.« »Ach, lassen Sie nur die Hand in der Tasche. Wirklich, Hopkins. Es ist besser so. Ich glaube, Sie können aus Versehen anstatt eines Taschentuches den Griff eines schwedischen Dolches hervorziehen. Und es ist mir bekannt, dass Sie in der Handhabung dieser Waffe eine wahre Meisterschaft besitzen. »Lassen Sie die Rechte in der Tasche.« »Sie sehen, ich halte meine Hand auch in der Tasche des Haverdocks, um ganz wie Sie nach dem Schnupftuch zu suchen. Sollten Sie aber aus Versehen das Dolchmesser hervorziehen, so würden Sie bemerken, dass Ihre Zerstreuung auf mich ansteckend wirkt und ich im gleichen Moment den Kolben eines Revolvers zu fassen bekäme. Sie, Hopkins mit Leuten. Wie Sie sind, muss man sich immer gleich aussprechen, um Irrtümer zu vermeiden.« Kein Zweifel. Dieser junge, elegante Mann war der Todfeind des berühmten Detektivs und hätten seine Blicke töten können, so wäre es sicherlich um Sherlock Holmes geschehen gewesen. »Ich verstehe nicht, was Sie wollen,« meinte Hopkins, indem er weiterging und sich zur Ruhe zwang. »Sie wissen, dass ich ebenfalls das Gesetz kenne. Sie können mir nicht das Geringste anhaben, denn gegen mich liegt keine Anklage vor. Sie dürfen nur dann Ihre Schusswaffe gebrauchen, wenn Sie sich in der Notwehr befinden und dazu gebe ich Ihnen keine Veranlassung.« »Sehr richtig, Hopkins,« erwiderte Holmes. »Ich sehe, Sie haben die Einsamkeit in Ihrer Zelle dazu benutzt, um über die einzelnen Gesetzesparagraphen nachzudenken. Wenn Sie jetzt Ihre Rechte aus der Tasche hervorziehen, aber ganz langsam, wenn ich bitten darf, so werde ich das Gleiche tun. Sehen Sie, dann ist keine Verwechslung möglich. Aber weshalb schienen Sie denn immer nach dem Stock? Der kommt Ihnen wohl bekannt vor. »Sehen Sie, Hopkins, das ist kein Stock, auf den man sich stützt, sondern ein Stock zum Durchpusten.« »Sehr interessant, nicht wahr?« »Sie kommen oft mit Indern zusammen. Vielleicht haben Sie bei denen mal ähnliche Stöcke gesehen?« Die beiden Männer schritten jetzt ganz einsam nebeneinander her. Es war niemand in der Nähe, der ihre Worte vernehmen konnte, selbst wenn sie lauter gesprochen hätten. »Ich weiß nichts von diesem oder einem ähnlichen Stock. Und weiß auch nichts von Indern,« entgegnete Hopkins, in dessen verlebtem Gesicht es förmlich Wetter leuchtete. »Aber da wir beide ganz allein sind und keine Zeugen haben, so sage ich Ihnen nur das eine. Und das betrifft mich persönlich. Sie haben damals dafür gesorgt, dass unsere Vereinigung, sagen wir lieber Bande,« unterbrach Holmes. »Das klingt richtiger.« »Kennen Sie es, wie Sie wollen,« knirschte der Verbrecher. »Kurz und gut, meine Freunde und Diebesgenossen, vergessen Sie das ja nicht,« ergänzte Holmes mit eisiger Ruhe. »Es war eine sehr ehrenwerte Vereinigung. Die Bande war wirklich international. Es hat mir einige Mühe verursacht. Schade, dass in England für Räuberei nur Gefängnisstrafe im Gesetzbuch steht.« »Nicht wahr? Sie meinen, Sie hätten mich lieber hängen, gesehen,« unterbrach ihn Hopkins. »Vielleicht kommt das noch später,« meinte Holmes ganz gelassen. »Es wäre mir leider nicht möglich, nachzuweisen, dass Sie bei den Diebstählen, Sie persönlich, Hopkins, meine ich, Menschenleben vernichteten.« »Einige Ihrer sauberen Genossen habe ich das nachgewiesen. Und Sie wissen, dass dieselben eines Morgens plötzlich die Halsbinde zu eng fanden und dieselben trotz aller Mühe nicht loser zu knüpfen vermochten.« Damit waren die gefährlichsten Burschen dieser Bande »Unschädlich gemacht.« Sie hingend, während Sie, Hopkins, mit ein paar Jahren Kerker davon kamen. »Ich sehe, dass Sie rachsüchtig sind.« »Und anstatt anderer Wege einzuschlagen, mir jetzt mit Drohungen nahen.« »Gewiss, ich habe die Bande damals aufgehoben, und es war auch die höchste Zeit dazu, denn sie war zum Schrecken der Londoner Vorstädte geworden.« Hopkins warf einen wilden, prüfenden Blick in die Runde. Er wusste, dass Holmes auf seiner Hut war. Er wusste, dass eine verdächtige Bewegung seinerseits dem Detektiv berechtigte, gleichfalls nach der Waffe zu greifen. »Ja, ein paar meiner besten Freunde sind gehängt worden,« kreuchte Hopkins. »Und ich habe es geschworen, dass das nicht so hingehen soll. Ich und mehrere andere. Ich kann es Ihnen jetzt ungescheut sagen, denn Sie haben keine Zeugen für meine Worte, und ohne Zeugen finden Sie keinen Richter, der mich auf Ihre etwaige Anklage verurteilt. Also hören Sie zu, Sherlock Holmes. Wir haben heute Mittwoch. Den heutigen Tag rechne ich aber nicht. Der ist fast zu elend. Dann kommen noch drei Tage. Dann folgt der Sonntag. Sherlock Holmes, sind Sie fromm und möchten Sie noch einmal eine Predigt hören? So rate ich Ihnen, noch vorher eine Beichtstunde zu nehmen. Denn den Sonntag überleben Sie nicht mehr. Am Sonntag sind Sie tot, Sherlock Holmes. Merken Sie sich das. Selbst wenn Sie sich in Ihre Wohnung einschließen und wenn Sie Ihre schlaueste Verkleidung heraussuchen, am Sonntagabend. Sind Sie ein toter Mann? Nein, das sage ich Ihnen. Ich, Hopkins. Sehr erfreuliche Aussichten, erwiderte Holmes, ohne eine Mine zu verziehen. Es scheint Ihnen unendlich viel daran zu liegen, dass ich mich nicht mehr auf der Welt befinde. Oh, das glaube ich Ihnen, Hopkins, das wundert mich nicht. Leute wie Sie, welche sich allem Anschein nach für unbekannte Männer mit solchen seltsamen Blasrohrstöckchen interessieren und eilends nach dem Kaffee laufen, nur um Holmes tot da liegen zu sehen, die ärgern sich natürlich, wenn sie mal wieder einen guten Freund verlieren. Diesmal aber, Hopkins, betrachten Sie einmal diesen Stock. Niedlich, was? Ein schöner silberner Knopf kostet mindestens 20 Schilling. Aber warum ist denn der Stock hohl und mit einem glühenden Eisen so sorgfältig ausgebohrt und geklettert worden? Wozu ist denn da oben das Loch in dem silbernen Griff? Und warum lässt sich denn unten die Zwinge abschrauben? Sehen Sie, Hopkins, Das ist kein Stock mehr, das ist ein Blasrohr. Aber das brauche ich Ihnen eigentlich gar nicht erst zu erklären. Sie sind noch nicht gewandt genug in der Verstellungskunst, um mich über Ihre Mitwisserschaft von dem beabsichtigten Meuchelmord zu täuschen. Sie beißen sich fast die Lippen blutig aus Ärger, dass der Mann im Café seine Sache so schlecht gemacht hat. Das heißt, an ihm hat es nicht gelegen. Ich wäre jetzt schon ein toter Mann. Aber wenn ich es mit Indern zu tun habe oder mit Leuten, die lange darüber in den Kolonien gelebt haben, dann denke ich immer an solche Sachen hier. Sehen Sie mal, Hopkins, da hat es gesessen. Ich weiß nicht, was Sie da reden, knirschte der Verbrecher, indem er wieder in die Runde blickte. Mir scheint es fast, als ob Sie im Fieber reden. Och, nicht doch, entgegnete Holmes. Betrachten Sie doch auf diesem Haverlock, diesem kleinen braunen Punkt. Wenn Sie mit dem Finger darüber fahren, würden Sie glauben, dass dort ein bisschen feuchter Schmirgel säße. Sehen Sie, Hopkins, das habe ich es auf dem Fingernagel. Das ist Gift, tödliches Gift. Und das hier, das steckte auf meiner linken Brust, als ich vorhin im Café saß. Gott, verstellen Sie sich doch nicht so. Sie werden in Ihrem Leben so etwas doch schon gesehen haben. »Die Spitze habe ich abgebrochen«, fuhr Holmes fort. »Die trage ich schon im Portfolio, denn die Wirkung dieser kleinen Pille ist fürchterlich. Ein Tiger muss nach wenigen Sekunden tot sein, den Menschen tötet es blitzschnell, wenn das Gift frisch ist. Um es frisch zu halten, wird es in einer kleinen Büchse mitgenommen. Und das Pfeilchen, ehe man es aus diesem merkwürdigen Stock auf sein Opfer pustet, darin eingetaucht. Nun hat dieser Herr im Café ihr Freund oder, wir wollen ruhig sagen, der Unbekannte, wenn es Ihnen so liebe ist, die sonderbare Marotte gehabt, mit dem kleinen Pfeil auf mich zu schießen. Und wirklich, sie hätten ihren Will schon jetzt, wenn ich nicht die Vorsicht besessen hätte, drei Westen und zwei Röcke übereinander zu ziehen. Es ist doch vom Vorteil, wenn man so ein bisschen Garderobe besitzt. Nicht? Das Pfeilchen, welches so spitz wie eine Nadel ist und das durch das Pusten Kraft erhielt, in einen Körper einzudringen, ist im ersten Rock sitzen geblieben und hat meinen Körper nicht berührt. Für mich ist das alles, was Sie mir da erzählen, vollkommen unverständlich, erwiderte der andere, dessen Augen seine Worte Lügen straften. Wenigstens begreife ich absolut nicht den Zweck, zu welchen Sie mir diese Vorträge halten. Nun, dann seien Sie mir doch dankbar, dass ich Ihnen alles so hübscher kläre, antwortete Holmes. Sehen Sie, der Mann im Café, den ich im Verdacht hatte, ihr Freund zu sein, war sehr vorsorglich. Er hat gleich daran gedacht, dass er möglicherweise zweimal pusten müsste und da hat er sich auch zwei dieser gefährlichen Dinge zurechtgelegt. Als ich aber aufsprang und auf ihn stürzte, wollte er schnell fort. Er war durch mein plötzliches Eindringen auf ihn verwirrt und da hat er sich, was ich allerdings nicht wollte, mit dem kleinen gefährlichen Instrument höchstwahrscheinlich in den Finger gestochen. Er fiel zum Boden, wie von Blitz getroffen, ganz wie ihr es von mir erwartet hatte, nicht wahr, Hopkins? Gott, machen Sie doch aus Ihrem Herzen keine Mördergrube. Die Londoner Verbrecherwelt würde mein seliges Ende mit einem solchen Abendtisch und darauf folgenden Tanz gefeiert haben. Jaja, aber diesmal ist die Sache eben ganz anders gekommen. Also, heute war es nichts mit uns beiden, aber ich habe so das Gefühl, als ob wir uns in den nächsten Tagen nochmals begegnen. Pusten werden Sie wohl nicht, Hopkins, den Stock hier behalte ich. Und was meinen Sie wohl, wie ich jetzt auf dergleichen Dinge aufpassen werde? Der Detektiv war stehen geblieben und sah seinen Begleiter mit durchbohrendem Blick an. Von der anderen Sache verstehe ich nichts, erwiderte Hopkins noch einmal. Ich habe es nur wegen meiner gehängten Kameraden mit Ihnen auszumachen. Und nun sage ich es Ihnen noch einmal. Sie erleben den Sonntag nicht mehr. In spätestens drei Tagen sind Sie tot, Holmes. Denken Sie an meine Worte. Viertes Kapitel In der Opiumkneipe Der elegant gekleidete Verbrecher hatte sich umgewandt und schritt schnell davon. Holmes sah ihm einen Augenblick nach, aber er machte keine Miene, den gefährlichen Menschen zu verfolgen. Schade, schade, meinte der Detektiv. Ich lege meine Hand ins Feuer, dass dieser Bursche den Mann im Café genau kennt und mit ihm unter einer Decke steckt. Aber das lässt sich nicht beweisen. Es ist mir heute nicht zum ersten Mal passiert, dass ein gefährlicher Verbrecher, der gerade seine Strafe abgebüßt, mir entgegentrat und mit seiner Rache drohte. Drohungen sind in England nicht strafbar, ich kann ihm also nichts anhaben. Also drei Tage noch haben mir die Herren gegönnt. Nun, wir wollen sehen, ob sie Wort halten. Aber unter diesen Umständen gehe ich heute nicht nach Hause. Wenige Minuten später saß Holmes in einer Droschke und fuhr durch ein paar Straßen. Hierauf verließ er den Wagen und benutzte einen Omnibus, später eine Straßenbahn, und dann war er wie vom Erdboden verschwunden. Sherlock Holmes besaß in der Stadt verschiedene Absteigquartiere, die er zuweilen auf der Jagd nach Verbrechern benutzte. Die Zugänge zu diesen Wohnungen waren manchmal höchst originell. Holmes sorgte dafür, dass ihn keiner seiner vielen Verfolger jemals in einem seiner Schlupfwinkel hineingehen sah. Er wusste immer, geeignete Momente für sein Verschwinden abzupassen. Er ging auch nicht nach der Polizeistation, wie er dem Beamten gesagt hatte. Sondern benutzte einen seiner Helfer, deren er immer eine ganze Anzahl besaß, um eine Botschaft dorthin zu schicken. Der Bote des berühmten Detektivs war ein halbwüchsiger, ungefähr 13 Jahre alter, ungemein schmutzig aussehender Bursche mit ungekämmten Haaren, ein echter Londoner Gassenbängel. Für Sherlock Holmes aber war dieser Junge im wahrsten Sinne des Wortes unbezahlbar, denn er hatte in gewisser Maßen für sich herangezogen. Auf die Schlauheit und die Verschwiegenheit dieses Jungen konnte er Häuser bauen. Holmes schrieb auf einen Zettel nur folgende Worte. Schicke ihnen an bei den Stock des Toten, der von den Betreffenden als Blasrohr benutzt wurde. Er hat damit ein kleines Geschoss auf mich abgefeuert, jedoch sein Ziel nicht erreicht. Er selbst hat sich mit einem anderen, dieser höchst gefährlichen Geschosse, verletzt und auf der Stelle den Tod gefunden. Dies zur Aufklärung. Sollten bei dem Toten irgendwelche Papiere gefunden werden oder der Mann der Behörde bekannt sein, so erbitte ich durch meinen Boten schnellstens Nachricht. Der Stock wurde in Lumpen gewickelt bis zu einem unförmigen Paket, sodass es aussah, als ob der Junge einen Bündel Lumpen verkaufen wolle. Hierauf kletterte der verschmitzte Bengel über die Hofmauer und lief durch ein paar Verbindungsgänge, bis er erst vier Häuser weiter auf die Straße gelangte. Das war sein gewöhnlicher Weg. Von da aus begab sich der Bursch nicht etwa nach der Polizeistation selbst, sondern nach der Wohnung eines Polizisten, die ganz in der Nähe der Station lag und wohin Holmes seine Botschaften gewöhnlich zu schicken pflegte. Nach zwei Stunden kam der Junge wieder zurück und überbrachte Holmes eine Antwort, die kurz und lakonisch lautete, Toter, vollständig unbekannt, keine Papiere bei ihm zu finden. Monogramm aus Wäsche herausgetrennt, auch in Verbrecheralbum nicht zu entdecken. Besondere Kennzeichen trägt auf der Brust blau tätowiert unten stehendes sonderbares Zeichen. Sherlock Holmes besah sich aufmerksam dieses Zeichen, welches man auf das Genaueste abgemalt hatte. »Ich dachte es mir«, murmelte er, »sie waren auf alles vorbereitet, auf alles. Und das ist für mich der Beweis, dass ich es mit einer höchst gefährlichen Gesellschaft zu tun bekomme. Das Zeichen hier befindet sich in den Papieren des Majors. Heute kann ich doch nichts mehr tun, denn der Abend naht und will auch einige Stunden schlafen, da ich die ganze vorherige Nacht bei meinem chemischen Experiment gesessen habe. Die Zeit bis zum Abend werde ich benutzen, um die Papiere zu prüfen. Vielleicht gelingt es mir, die Geheimschrift zu enträtseln.« Drei Stunden saß der Detektiv bei einer kleinen Lampe über die Dokumente gebeugt, welche allen Bemühungen, sie zu entziffern, zu spotten schienen. Unermüdlich versuchte der berühmte Detektiv, den Schlüssel zu der seltsamen Schrift zu finden, von der er bestimmt vermutete, dass sie nicht sinnlos niedergeschrieben worden war. Er schien aber absolut damit nicht weiterzukommen und hörte endlich seufzend auf, als es elf schlug. Ermüdet warf sich Holmes auf die einfache Lagerstätte und schlief den Schlaf des Gerechten, bis die Frau, welche ihm das Zimmer vermietet hatte, den berühmten Detektiv den Kaffee brachte. Auf die Treue und Verschwiegenheit dieser Frau konnte sich Sherlock Holmes offenbar fest verlassen. Sie wurde sicherlich von der Polizei heimlich bezahlt und erhielt auch von Holmes eine entsprechende Vergütung. Die Frau war durchaus nicht erstaunt, als sie beim Eintreten in das Zimmer am Tisch sitzend einen von der Sonne tiefgebräunten Seemann gewahrte. Eine echte Tierjacke, anscheinend schon bei Jahren mit grauem Backenbart und einem Pfeifenstummel in schiefgezogenen Munde. Es war Sherlock Holmes in Verkleidung, die er schon in aller Morgen früh angelegt hatte, ehe er sich wieder in die geheimnisvollen Dokumente vertiefte. Jetzt schien er mit seinem Resultat zufrieden zu sein, als am Abend, denn er blinzelte der Frau lächelnd zu, als sie das Kaffeegeschirr vor ihm niedersetzte. Da hört sich aber alles auf, rief sie mit gedämpfter Stimme. Wahrhaftig, wenn ich nicht wüsste, dass sie nicht hinaus und kein anderer herein konnte, so hätte ich darauf geschworen, einen anderen vor mir zu sehen. Das ist ausgezeichnet. Wie ein richtiger Bootsmann oder Untersteuermann, der eben erst mit seinem Schiff am Temsekai angelegt hat. Ihr bester Freund wird sie nicht erkennen, denn ausgeschlossen. Freut mich, erwiderte Holmes, indem er der Frau das Bündel Papiere übergab. Ich meine aber, es gibt doch Augen, die schärfer sehen als meine besten Freunde. Und das dürften meine besten Feinde sein, mit denen habe ich zu rechnen. Hier. Nehmen Sie die Papiere und legen Sie dieselben in das bewusste Versteck. Wann ich wiederkomme, weiß ich noch nicht. Sollte ich bis morgen früh nicht hier sein, so kann Ihr Junge das Paket sorgfältig in Lumpen gehüllt nach meiner Wohnung bringen. Sherlock Holmes dachte natürlich nicht daran, sich sofort an dem Ort zu begeben, den er erst gegen Abend aufsuchen wollte. Es galt vielmehr für ihn, sich erst stundenlang, ja, den ganzen Tag über am Temsekanal zu bewegen, hier und dort die Matrosenkneipen aufzusuchen und dabei scharf die Augen offen zu halten, ob ihn nicht etwa jemand beobachtete. Gegen neun Uhr verließ er das Haus, welches nicht weit von der Temse entfernt war. Wie Sherlock Holmes verschwunden war, so tauchte er plötzlich wieder auf. Er hatte dabei glücklich den Moment erfasst, in dem kein Passant in der Gasse vorüberkam und so schlenderte er vor niemanden beachtet mit schwankenden Seemannsgang seine Tonpfeife rauchend der Temse zu. Dort herrschte lebhaftes Treiben wie immer. Da lagen die Schiffe, welche von der See aus die Temse hinauffuhren. Allenthalben wurde ausgeladen, überall hörte man Geschrei der Schlepper und Arbeiter, vernahm man das Knarren der Winden und niemand hatte Zeit, sich um die Tierjacke zu kümmern, welche nach langer, mühseliger Reise dem Land einen Besuch abstattete. Es taten so viele und trotz der frühen Morgenstunden hörte man in den Hafenkneipen lautes Gelächter, Musik und das Kreischen der Schenkdirnen, die dort den Seeleuten das verlangte kredenzen und manch derben Witz in Kauf nehmen mussten. Sherlock Holmes hatte jedenfalls ganz bestimmte Gründe, sich hier aufzuhalten. Er bummelte umher, ganz wie es die anderen Seeleute taten, welche nach langer Arbeit den Müßiggang oblagen. Er aß in der einen Schenke, trank Kaffee in der zweiten und hatte dabei stets ein scharfes Ohr für alles, was in seiner Nähe gesprochen wurde. Bis jetzt hatte Holmes noch nicht das geringste Verdächtige bemerkt und doch war es ihm immer, als ob jemand seinen Spuren folgte. Er sah wohl niemand, aber er hatte das Gefühl, dass es so nicht anders sein konnte. Er fragte sich nur, ob man ihn trotz der ausgezeichneten Maskierung erkannt hatte. Nun, das wird sich bald zeigen, meinte er, als er wieder eine Schenke verließ und eine ganze Weile dem Verladen der Schiffe zusah. Ob Hopkins wohl recht behalten wird mit seiner Prophezeiung? Nun, wir werden sehen, wie er bei dieser Geschichte gewinnt, ich oder die Verbrecher. Denn, dass ich es mit einer ganzen Anzahl zu tun habe, das steht felsenfest. Ein Glück war es nur, dass ich heute morgen den Schlüssel zur Geheimschrift fand. Ich habe es immer gesagt, gerade am Morgen, wenn man gut geschlafen hat, kommen einem die besten Gedanken. Nun kenne ich das Geheimnis des Majors. Nun weiß ich auch, weshalb er solche Angst hatte, wenn die Briefe aus Indien kamen. Aber ich weiß auch, weshalb sein Tod so plötzlich erfolgte. Erst wenige Stunden vor seinem Tode hat er die Notizen gemacht, die er in der Geheimschrift niederlegte. Die betreffenden Personen, welche damit zu tun haben, sind hier in London. Ich glaube, dass die Geschwister Donner soll staunen werden, wenn ich ihnen mitteile, was jene geheimnisvolle Dokumente mir verraten haben. Der Abend nahte und als es dunkel wurde, sah man eine große Anzahl Matrosen, Steuerleute, Bootsmänner und was sonst noch auf den ankommenden Schiffen freie Zeit hatte, den verschiedenen Vergnügungsstätten Zueilen. Diese waren natürlich alle für den Besuch von Matrosen berechnet und ganz auf deren Geschmack zugeschnitten. Sherlock Holmes befand sich bald inmitten der Leute und verfolgte seinen Weg in eine schmale Seitengasse, wo an verschiedenen Stellen bunte Laternen brannten. Es lagen viele Indienfahrer im Hafen, Schiffe, die aus der englischen Kolonie gekommen waren und die Matrosen dieser Schiffe strebten alle ein paar großen farbigen Laternen zu, auf den scheußliche Fratzen gemalt waren. Es war eine sogenannte Opiumkneipe, die einzige, die zurzeit im Hafen geduldet wurde. Dort fanden die Matrosen, welche diesem eigenartigen betäubenden Genuss frönten, Gelegenheit, Opiumpfeifen zu rauchen. Nebenbei stand dieses Restaurant, welches halb im Keller lag, auch in dem Rufe, seinen Gästen eine Menge Sehenswürdigkeiten aller Art zu bieten. Die Räume waren sehr groß und ausgedehnt und von neun Uhr abends an machten allerhand Gaukler dort die Runde, Taschenspieler, Chinesen, Inder, die ihre einzigartigen Künste zeigten. Degenschlucker, Feuerfresser, kurz, alle diejenigen, welche hofften, von Matrosen, die solche Schaustellungen über alles liebten, eine kleine, klingende Vergütung zu erhalten. Von außen sah das Restaurant nicht sehr verlockend aus, aber innen wurde man ziemlich angenehm enttäuscht. Die Räume waren groß und nicht allzu niedrig und das einzige Unangenehme war nur der dicke Tabaksquallm, der diese Räume erfüllte. Sherlock Holmes nahm an einem der Tische Platz, an welchem schon mehrere alte Tierjacken saßen, die natürlich allerhand Fragen an ihn richteten. Der Detektiv hatte sich aber vortrefflich über das Seewesen unterrichtet und als man ihn nach seinem Schiff fragte, erwiderte nur kurz, dass er eine Zeit lang schon außer Dienst sei und krank in einem Londoner Spital gelegen hätte. Darauf stellte man keine weiteren Fragen an ihn, vielmehr unterhielten sich die alten Seebären am Tische von ihren Fahrten und Abenteuern während Holmes bescheiden zuhörte, wie es den Seeleuten am angenehmsten war, da sie sich selbst gern erzählen hörten. Inzwischen hatten sich die Räume ziemlich gefüllt und es kamen auch schon allerhand Gaukler, Taschenspieler und ähnliche Künstler, welche ihre Kunststücke zeigten und dann mit dem Hut in der Hand sammelnd von Tisch zu Tisch gingen. Hier unten war alles gut, aber auch teuer. Der Wirt, ein schlauer Chinese, ließ sich gut bezahlen. Er wusste, da die Matrosen, Boots und Steuerleute nach den langen Fahrten Geld in der Tasche hatten und er sorgt dafür, dass er auf seine Kosten kam. Allerdings fand man bei bei ihm auch die schmuckesten Schankdirnen und den besten Rum, den es im Hafen gab. Ein Umstand, allein schon genügte, um die Matrosen hierher zu locken. Jetzt stellte Holmes auch einige Fragen an die Seebären, nachdem er gehört hat, dass dieselben schon mehrmals die Opiumkneipe besucht hatten. Komm man nicht auch in der hierher? fragte der verkleidete Detektiv. es zögen einige indische Gaukler des Nachts durch die Kneipen. Ja, das war früher der Fall, erwiderte einer der alten Seeleute. Ehe dem kamen die Inder alle Abende. Gewöhnlich war es ein älterer Mann, der europäische Kleidung ab einen Turban trug. In seiner Gesellschaft befand sich ein junges und außerordentlich hübsches Mädchen. Ich habe aber stets behauptet, dass es keine Inderin von reiner Rasse sei. Es war entschieden gemischtes Blut. Sie haben alles Mögliche gezeigt. Der alte zum Beispiel steckte das Mädchen in einen Korb, den er mit einem Tuch zudeckte, stieß mit einem Schwert hinein, worauf das Mädchen furchtbar stöhnte und alle glaubten, das schmucke Mädchen sei erstochen. Manchmal sind die Matrosen ordentlich wild auf den alten zugegangen, bis gleich darauf legte er das Tuch wieder über den Korb und dann stieg das Mädchen gesund und munter daraus hervor. Bei den Indern sieht man in der Tat die tollsten Dinge. Aber wenn man so zusieht, wird einem immer so sonderbar zumute, so schläfrig. Auch hat der Alte uns dabei immer so sonderbar angesehen. Er konnte auch glühende Kohlen nehmen und damit jonglieren. Er nahm sie auch in den Mund, dass die Funken herausstachen. Und zum Überfluss ließ er dann ein paar gewaltige Brillenschlangen tanzen, Kobras, wie man sie nennt. Diese sonst so giftigen Tiere sind aber ungefährlich. Sie können nichts tun, denn sie besitzen keine Giftzähne mehr, diese sind ihnen ausgebrochen worden. Der Alte hat mir nie gefallen, das war ein widerlicher Mensch und er besaß seinen scheußlichen unsteten Blick. Aber das Mädchen war ein allerliebstes Ding. Sie blickt immer so traurig und trübselig, dass es einem in der Seele wehtat, aber seit einiger Zeit sieht man die beiden Inder nicht mehr. Vielleicht haben sie London verlassen, obwohl es eine Narrheit wäre, denn hier am Hafen haben sie zehnmal mehr verdient, als es in anderen Orten möglich ist. Hätte man Schale Combs genau beobachtet, so würde man einige Enttäuschungen bei ihm bemerken. Das ist schade, dachte der Detektiv. Ich habe bestimmt damit gerechnet, dass die beiden sich noch hier aufhalten, denn in dem Tagebuch des Toten Majors sind die zwei ausdrücklich erwähnt worden. Ich vermute sogar, dass sich hier das fehlende Glied in der Kette ergänzen ließe, wenn ich wüsste, wo die beiden wohnen. Wenn es mir gelingt, mehr von ihnen zu erfahren, so könnte ich möglicherweise das Rätsel lösen, welches das Verschwinden von Archibald Donaldson und dem Diamanten umgibt. Da scheint meine Mühe vergeblich gewesen zu sein und ich verliere unnötig Zeit. Freilich, wenn mich auch Hopkins und seine Genossen hier nicht vermuten, aber das ist kein Vorteil, denn Henry Donaldson hat nur sieben Tage Zeit. Zwei davon sind Verstrichen und ich fürchte, als dann wird der junge Mann das Schicksal seines Vätters teilen. Wahrhaftig sollte es mir jetzt so gehen, dass ich nicht weiter könnte? Es hängt viel vom Glück ab. Die Mitteilung, dass die Inder sich hier nicht mehr sehen lassen, ist ein Strich durch meine Rechnung. Sherlock Holmes war nahe daran, die Opiumkneipe zu verlassen, aber er besann sich. Es schien, als ob ihn irgendetwas zurückhielt. Und er folgte dieser inneren Stimme, die ihn so selten täuschte. Mit einem Male stieß einer der alten Seebären, die an seinem Tisch saßen, einen derben Fluch aus. Aber das war nicht etwa ein Zeichen des Ärgers, sondern der Genugtuung. Ah, da sind sie wahrhaftig wieder, rief der Alte auf den Tisch schlagend, dass die Gläser tanzten. Ah, der alte Braun und das hübsche Mädchen. Sie wird wohl krank gewesen sein, sie sieht ganz elend aus. Also deshalb haben sie sich so lange nicht sehen lassen. Sherlock Holmes hatte die Eintretenden längst ins Auge gefasst, aber er tat so, als ob er sich nicht sehr um sie kümmerte. Von verschiedenen Seiten wurden den Ankömmlingen ein Willkommen zugerufen. Ein Beweis, dass er Wiedererscheinen mit Freuden gegrüßt wurde. Voran ging ein Mann, den Holmes auf ungefähr 50 Jahre schätzte. Der Mann trug einen Kasten auf dem Rücken, der nicht leicht zu sein schien, da sich der Traggurt weit nach vorne überneigte. Hinter ihm schritt eine jugendliche Gestalt einher ein Mädchen, welches sich ganz in einen dunklen Mantel eingehüllt hatte, als ob es fröstelte. Man sah nur ein zartes, ungemein liebliches Gesicht mit großen, dunklen Augen, in denen Holmes Angst und Trauer zu lesen glaubte. Im selben Augenblick, als der Mann die europäische Kleidung trug und dessen braunes Gesicht ein weißer Torban krönte, eintrat, war es Holmes, als ob ein Schatten hinter diesem Mann vorüberhuschte. Gleichzeitig bemerkte er auch, dass der Inder zu ihm hinüberblickte und ihn scharf ins Auge zu fassen schien. Sherlock Holmes war fest davon überzeugt, dass er diesen Menschen noch nie gesehen hatte. Aber ebenso fest war er davon überzeugt, dass der andere, den er nicht sehen konnte, den Fremdling auf ihn aufmerksam machte. Schade, dass ich jetzt nicht draußen war, dachte Holmes, indem er sich gemächlich eine neue Tonpfeife stopfte. Möglicherweise hätte ich ein bekanntes Gesicht gesehen, vielleicht sogar meinen guten Freund Hopkins. Ich muss damit rechnen, dass diese Augen mich selbst in meiner Maske erkennen. Aber ich bin auf alles vorbereitet. Der Mann setzte seinen Kasten ab und grüßte nach allen Seiten. Die Matrosen riefen ihn zu und fragten, warum er sich so lange nicht hatte sehen lassen. Nauma war krank, erwiderte der Inder kurz in ziemlich gutem Englisch, indem er auf die verhüllte Mädchengestalt deutete. Sie kränkelt in dem rauen Klima und auch ich fühle mich hier nicht wohl. Wir haben einiges an Geld verdient und werden sobald als möglich noch eher der Winter kommt nach unserer schönen Heimat zurückkehren. Dabei hatte der Alte seinen Kasten auf den Boden gestellt und entnahm demselben geschäftig indische Schwerter, Bronzegeräte und andere Dinge, wie sie solche Gaukler bei ihren Vorstellungen mit sich führen. Der Wirt trat jetzt auch heran. Ihr habt eure Wohnung aufgegeben, sprach er zu dem Inder. Ich war mehrmals dort, um nach euch zu fragen, weil ihr eine Menge Gäste angezogen habt. Wo wohnt ihr denn jetzt Nansing? Lasst es mich doch sogar Kapitäne von Schiffen, die würden sich gerne an euren Gaukler Künsten erfreuen. Der Inder schien diese Frage entweder zu überhören oder sie nicht beantworten zu wollen, er murmelte nur etwas Unverständliches vor sich hin und begann alsbald seine Künste, an denen das junge Mädchen fast keinen Anteil nahm. Charles Holmes war sofort überzeugt, dass dies reizende, zarte Geschöpf, welches jetzt den Mantel lüftete, das Kind eines Weißen und einer Inderin sein musste. Das junge Mädchen schien sich noch immer leidend zu fühlen, es kauerte auf dem Boden nieder und nur wenn ihr Begleiter ihr ein Schwert oder ein Gefäß zuwarf, fing sie es rasch und geschickt auf, wobei sie ungemeine Grazie entfaltete. Der Inder machte seine Sache vorzüglich. Er aber, der ihnen auf das schärfeste beobachtete, bemerkte wohl, dass der Inder ihm von Zeit zu Zeit prüfende Blicke zuwarf, sobald er sich von dem vermeintlichen Bootsmann nicht beobachtet glaubte. Na, habt ihr auch eure Schlangen mitgebracht, Nan Sing? fragte der Wirt, der sich ebenfalls an der Schaustellung ergötzte. Zeigt mal die Biester und lasst sie tanzen, das ist immer ein ganz famoses Schauspiel. Es war, als ob der Inder auf diese Aufforderung gewartet hätte. Er zog aus seinem Kasten einen geflochtenen Korb hervor, den er auf den freien Platz, den die Tisch umgaben niederstellte. Er hob den Deckel auf und griff mit der Linke nach einer Art Flöte, die einem Dudelsack ähnlich sah. Zugleich bewegte sich etwas im Korbe, beim Klang der Flöte zu vergrößern schienen. Es waren vier indische Brillenschlangen, welche nach der Gewohnheit dieser Tiere die Hälse aufblähten und zuweilen die gespaltenen Zungen zeigten. »Dämmt«, rief einer der alten Seebären, die neben Holmes saßen, »i habt jetzt vier Schlangen, früher waren es noch drei, wo habt ihr den vierte her bekommen?« »Ich besaß sie schon immer«, erwiderte Nan Sing, »sie war noch jung und ich musste sie erst zähmen. Jetzt tanzt sie so gut wie die anderen. Er unterbrach sich in seinem Flöten und während die Schlangen noch immer im Korb ihre aufgeblähten Hälse reckten, ging Nan Sing von Tisch zu Tisch mit einem Teller, um Geld einzusammeln. Die Geldstücke klirrten lustig auf dem Teller. Nan Sing erhielt reichliche Ernte. Jetzt trat er auch an den Tisch heran, an welchem Sherlock Holmes neben den übrigen Seeleuten saß. Der Detektiv warf ihm, wie es üblich auch die meisten Taten, ein Six-Pan-Stück auf den Teller. Im selben Moment aber schien Nan Sing eine ungeschickte Bewegung zu machen, wenigstens fielen einige Geldstücke zu Boden, die der Mann eilig aufsammelte. Dabei bückte er sich und streifte einmal flüchtig mit der Hand an Sherlock Holmes Fuß vorüber. Der Detektiv beobachtete ihn auf das Aufmerksamste und überzeugte sich vor allen Dingen, dass Nan Sing nichts in der Hand hielt, wenigstens nichts, was einer Waffe ähnlich war. Der Inder verneigte sich jetzt dankend und kehrte zu seinem Kasten zurück. Dort hatten sich die Schlangen wieder niedergekauert, aber als die Flöte lauter erschallte, richteten sie sich empor, diesmal höher als vorhin. Die eine der Schlange aber begann mit ihrem Kopf seltsame Bewegungen zu machen. Sie sah ununterbrochen mit den kleinen wie karfunkel glühenden Äuglein um sich und im selben Moment verspürte Holmes einen eigenartigen Geruch in seiner nächsten Nähe. Es war ihm, als ob der Geruch von ihm selbst ausginge und zwar von der Stelle her, wo seine Füße auf dem Boden ruhten. Dieser Geruch war nicht unangenehm, aber süßlich, durchdringend. Holmes hatte die Hand ausgestreckt und nach dem steinenden Krug gefasst, der auf dem Tisch stand und das beliebte englische Porter Bee enthielt. Erschien, als wollte er sich eben daraus sein Glas füllen. In Wahrheit aber hatte er seine Augen unablässig auf die Schlange gerichtet. Plötzlich buckt die Cobra den Kopf zurück. Es schien, als ob die nach dem Ort gesucht hätte, wo der seltsame Duft empor stieg. Jetzt sah sie starrt zu der Seite hinüber, wo Holmes saß. Weiter beugte sie sich zurück und im selben Moment schnellte das Tier aus dem Korb blitzschnell vorwärts. Aber ebenso rasch wie die Schlange war auch Sherlock Holmes aufgesprungen, und zwar mit einem Satze zur Seite den Krug hoch in der rechten. Man vernahm ein lautes, schmetterndes Krachen. Holmes hatte den schweren Steinen einen Porter Krug mit voller Gewalt zu Boden geschmettert. Die Schaben lagen an der Stelle, wurde Detektiv noch eben die Füße gehalten und mitten unter den Schaben lag mit zerschmettertem Rückgrat die Fünftes Kapitel Auf gefährlichem Lauscherposten Das alles war so blitzschnell vor sich gegangen, dass Holmes Tischgenossen ganz erstaunt auf den vermeintlichen Seemann blickten. Der Bootsmann ist verrückt geworden, meinte einer der Teerjacken, hat einen vollen Krug Porter vor sich stehen und schlägt den Krug in Schaben. Gleich darauf aber sollten die Seeleute anderer Meinung werden, denn sie sahen wie der alte Inde auf Sherlock Holmes zusprang und ihnen wilden kreischenden Tönern allerhand unverständliche Worte hervorsprudelte. Unverständlich waren sie allerdings nur für die anderen Zuhörer, da der Mann jetzt in den Lauten seiner Heimatsprache redete. Aber Holmes, der sich längere Zeit in Indien aufgehalten hatte und dort mit seinem unglaublich schnellen Begriffsvermögen verschiedene Dialekte mit Leichtigkeit gelernt, verstand fast alles, was Nan Singh Komm mir nicht so nahe, Mann, erwiderte Holmes zum größten Erstaunen aller in denselben fremdartigen Lauten, die der Inder gebrauchte. Geht zurück, euer giftiges Aufspringen hat gar keinen Zweck. Ich konnte es allerdings nicht verhindern, dass ihr vorhin, als ihr euch nach dem Geld büktet, mein Stuhlbein oder meine Hosen mit einem Saft beschmiert habt, der die Schlangen zu wilder Glut reizt. Aber ich bin auf meiner Hut, wie ihr seht. Geht zurück, Mann, sonst spreche ich mit euch in einem anderen Tone. Sherlock Holmes hatte schon manchen wütenden Blick gesehen, wenn er bei seinem abenteuerlichen Leben Verbrecher dingfest machte, aber niemals solch einen grauenvollen Blick wie jenen, den ihn jetzt Nan Singh zuschleuderte. Der Mann endete jetzt seine Taktik. Er trat von Sherlock Holmes zurück und erhob eine Art Weggeschrei, in dem er sich wie ein Unsinniger gebärdete. Meine Schlange, meine Lieblings Cobra, rief er wieder in englischer Sprache. Der Mann hat meinen Liebling erschlagen. Na, na, Bootsmann, meinte einer der alten Seebären, was ihr denn da für Geschichten anstellt, schlagt dem braunen Kerl seine Schlange tot, mit denen er sich seinen Lebensunterhalt erwerbt. Holmes bückte sich, ohne zu antworten, nieder, nachdem er sich durch Anstoßen des Fußes überzeugt hatte, dass die Schlange nicht mehr lebte. Vorsichtig hob er sie auf und legte das getötete Tier auf den Tisch. Im selben Moment fuhr Nan Singh schon wieder mit wahrhaft tigerartiger Wut auf ihn los, während die übrigen Schlangen in dem Korb laut zischten, aber offenbar durch das furchtbare Niederschmettern des Steinkruges eingeschüchtert in ihrem Korb liegen blieben. Bleib zurück, Mann, sprach Holmes mit einer Stimme, bei deren Klang der Inder wieder zurückprallte. Bleib zurück, die Schlangen dort in dem Korbe tun mir nichts, denn ihnen sind die Giftzähne ausgebrochen. Aber seht mal hier! Sherlock Holmes fasste das Köpfchen der Schlangen und drückte vorsichtig mit Daumen und Mittelfinger auf die Stelle, wo der Hals begann. Der kleine Rachen war jetzt geöffnet und da sah man deutlich vier große schneeweiße nadelscharfe Eckzähne. Seht ihr es? sprach Holmes halb zu den Seeleuten, halb zu dem Inder gewendet. Das ist eine Kobra, der die Giftzähne nicht ausgebrochen sind. Das Tier war im Inbegriff mich zu beißen. Was darauf erfolgte, brauche ich wohl nicht erst zu sagen. Der Biss der gereizten Kobra wirkt sofort tödlich. Die Seeleute starrten den Sprechenden an, der ihnen jetzt ganz verändert vorkam. Sherlock Holmes aber griff in die Tasche und zog eine Börse hervor. Ihr wollt die Schlange bezahlt haben, nicht wahr? wendete er sich an Nansing, dessen grauenvoll entstelltes Gesicht kaum noch einen menschlichen Zug zeigte. Der Mann brummte etwas Unverständliches vor sich hin und wendete sich kurzum, ohne Holmes anzusehen. Das junge Mädchen aber, welches vorhin eine Bewegung gemacht, als wollte es beim Angriff der Schlange vorwärts stürzen, hatte sich in seinen Mantel gehüllt und Holmes hörte, wie das Mädchen krampfhaft schluchzte. Ist sie wirklich giftig gewesen? fragte endlich einer der alten Seeleute, indem er mit unverhüllter Scheu auf die getötete Schlange blickte. Das könnt ihr morgen durch den Wirt erfahren, erwiderte Sherlock Holmes, indem er den Chinesen heranwinkte. Wer soll das getötete Tier einstweilen in Verwahrung nehmen, bis sich das weitere findet? »Dämmt« »Dämmt«, meinte einer der Seebären, »da ist etwas nicht richtig. Die anderen Schlangen hatten nicht solche weißen langen Zähne, das habe ich ganz genau bemerkt. Teufel, was mag das nur bedeuten?« Inzwischen hatte Nansing den Schlangenkorb geschlossen und alle Utensilien, die er gebraucht, mit großer Hast in den Kasten geworfen. Jetzt lud er denselben auf den Rücken und ohne auf die Zurufe der übrigen Gäste zu achten, ging der Mann hinaus, von dem jungen Mädchen gefolgt, welches noch immer bitterlich weinte. Sherlock Holmes bezahlte das vergossene Getränk und den Krug, worauf er sich erhob, in der Absicht, dem Inder zu folgen. Nansing hatte die größte Eile, die Opium-Kneipe zu verlassen und als Holmes durch den Vorderraum ging, wo ein Buffet stand, sah er weder Nansing noch das schöne Mädchen. Die beiden mussten offenbar in aller Hast das Lokal verlassen haben. Am Buffet lehnte ein elegant gekleideter Mann, der angelegentlich mit den geschmückten Schankmädchen zu plaudern schien. Als Holmes, der wieder seinen schwankenden Seemannsgang angenommen vorüberschritt, wendete der Mann den Kopf. Es war Hopkins, der aber sofort die Augen niederschlug, als er den durchdringenden Augen des Detektivs begegnete. Im selben Moment wurde das Schankmädchen von einer anderen Seite in Anspruch genommen und eilte nach den hinteren Räumen. Sherlock Holmes stand jetzt allein neben dem Mann, der offenbar von dem soeben Geschehenen und dem beabsichtigten Attentat wusste und der sicherlich den Inder kannte. Hopkins, sprach Holmes, indem er seine durchbohrenden Augen auf den unheimlichen Menschen richtete, der Überraschung heuchelte und tat, als ob er nicht wisse, wer vor ihm stande. Hopkins, glauben Sie doch nicht, mich täuschen zu können. Was wollen Sie denn? erwiderte der Verbrecher. Ich kenne Sie nicht. Wer sind Sie denn? Wie kommen Sie dazu, mich anzusprechen? Ich habe nichts mit Matrosen zu tun, überhaupt nichts mit Schiffsleuten. Lassen Sie mich in Ruhe. Verstellen Sie sich doch nicht, meinte Sherlock Holmes, während er jede seiner Vorsichtsmaßregeln ergriff. Ich erkenne an, dass Sie einen ungewöhnlichen Scharflick besitzen, das wusste ich aber schon früher. Dabei sind Sie schlau genug, um sich stets ganz unverdächtig erscheinen zu lassen. Vorläufig ist Ihnen daher noch nichts zu beweisen. Sie hatten mich erkannt. Ich weiß, dass Sie schwer zu täuschen sind, und da haben Sie eben, wie man zu sagen pflegt, hinter den Kulissen mitgearbeitet. Aber Hopkins, gestehen Sie sich selbst ein, Sie hatten Pech. Heute ist Donnerstag, und Sie haben sich redlich Mühe gegeben, Ihr Versprechen wahrzumachen. Gestern mit dem Puste-Rohr und heute mit der Brillenschlange. Aber die Geschichte funktioniert nicht. Sie müssen noch viel lernen, obwohl Sie so schlau waren, ohne Zeugen zu arbeiten. Ich habe auch Augen im Kopf, und ich habe vorhin ganz genau gesehen, dass Sie es waren, der auf mich deutete. Sie haben mich bezeichnet und dem Inder gesagt, der dort ist mein gefährlichster Feind in London, und dem würde es große Freude machen, mich, den Hopkins, an den Galgen zu bringen. Nun sorge mal dafür, mein Freund, dass dieser Mensch die Opium-Kneipe nicht mehr Leben verlässt. Du hast das Mittel dazu, du kannst mit den kleinen Gefallen schon tun. So ungefähr haben Sie doch gesprochen, Hopkins, nicht wahr? Wenigstens denke ich es mir so. Nun, können Sie sich wieder etwas Neues ausdenken, denn heute haben wir Donnerstagabend und 48 Stunden Frist habe ich noch, bis ich tot sein soll. Strengen Sie Ihren Verstandskasten recht an, Hopkins, denn das Pusterohr habe ich und die Schlange, welche der famose ihn dann noch in Reserve hatte und der aus bestimmten Gründen die Giftzähne nicht ausgebrochen waren, die hat der chinesische Wirt in Verwahrung genommen. Und er gibt sie nicht her, Hopkins, darauf können Sie sich verlassen. Dem Manne habe ich nur ein paar Worte zugeflüstert und die genügen. Im Übrigen mache ich Ihnen mein Kompliment, dass Sie sich meinetwegen wirklich so viel Mühe geben und auf so ungewöhnliche Todesarten für mich sinnen. Sie geben sich viel Mühe, Hopkins, das muss Ihnen der Neid lassen. Schade, dass Ihr Genie auf solche Abwege geraten ist. Aus Ihnen hätte noch etwas anderes werden können. Lassen Sie mich in Ruhe, keuchte der Verbrecher. Was wollen Sie von mir? Ich kenne Sie nicht. Entweder sind Sie verrückt oder betrunken. Sie spielen Ihre Rolle großartig, meinte Holmes, indem er sich zum Gehen anwendete, ganz vorzüglich. Aber Sie sind noch lange nicht derjenige, der mir eine harte Nuss zum Knacken aufgibt. Dazu sind Sie noch zu jung und viel zu unerfahren. So, nun habe ich aber nur noch einen Wunsch, nämlich den, dass Sie den dritten Anschlag, den Sie doch sicher vorbereiten, in Gegenwart von Zeugen ausführen. Ich habe nämlich die begründete Vermutung, da ich Sie hängen sehen werde, Hopkins. Also bitte, sorgen Sie bei Ihrem nächsten Anschlag für Zeugen und denken Sie recht gut darüber nach, denn Sie haben nur noch 48 Stunden und ich bin so ziemlich auf alles vorbereitet. So, gute Nacht, Hopkins. Unterhalten Sie Es war wieder mal nichts. Beißen Sie sich doch nicht die Lippen blutig, Hopkins. Es ist wirklich schade darum. Sie sind ein hübscher Kerl. Also, noch 48 Stunden. Der Verbrecher bebte vor Wut bei diesem schneidenden Hohen, der aus Sherlock Holmes Worten sprach, aber er beherrschte sich. Holmes ging hinaus, ohne Hopkins dabei auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen. Er wusste, bei diesem Manne musste er auf alles gefasst sein. Die Gasse, welche der Detektiv jetzt betrat, schien menschenleer zu sein. Mit ein paar raschen Schritten nach links schlüpfte Holmes in einen Hausflur hinein. Gleich darauf erschallte er aus seinem Verstecken leiser, dennoch ziemlich weit hörbarer Piff. Es war offenbar ein Signal für einen Aufpasser oder Gefährten, den Sherlock Holmes da draußen herbeirief. Nach wenigen Augenblicken tauchte eine kleine Gestalt aus dem Nebel empor, der sich allnächtlich über die Gassen am Themseufer herabsenkte. Es war Holmes kleine Gehilfe, der schmierige, aber schlaue Junge, der offenbar in größter Eile gelaufen war. Wo sind die beiden? fragte Holmes. Du hast sie vorhin hineingehen sehen. Sie sind auch wieder herausgekommen? Die Inder waren da. Welche Richtung haben sie eingeschlagen? Sie sind zur Themse gegangen. Sie sind zu einer der Brücken, an denen die kleinen Schlepper anlegen, kam leise die Antwort des Jungen. Dachte ich es doch, murmelte Holmes. Sie sind von jenseits des Flusses gekommen, um nicht verfolgt zu werden. Und sie werden sicherlich abgeholt. Rasch, Junge, zeig mir die Richtung. Hopkins wird gleich nachkommen, denn er rechnet sicher damit, dass ich den beiden nachgehe. Der Londoner Nebel war häufig ein Verbündeter der Verbrecher, aber auch Holmes kam der Nebel jetzt zu statten, als er mit seinem kleinen flinken Gehilfen in die Dünste hineintauchte. Zum Themse Kay ging es hinüber in atemlose Hast und so geräuschlos als Mädchen eingeschlagen hatten. Sherlock Holmes hatte schon vorhin bemerkt, dass die beiden nur langsam dahinschritten. Jetzt hatte er sie bereits erreicht. Ich sehe sie, flüstert er dem Jungen zu. Nun, mach, dass du fortkommst. Du kennst Hopkins. Sieh zu, dass du ihn vielleicht noch ein bisschen aufhältst. Misstrauisch, wie er ist, wird er dir vielleicht ein Stück nachrennen. Ich brauche nur ein paar Minuten Zeit, um zu dem Platz zu gelangen, wo ich weiter beobachten will. Der Junge verschwand im Nebel, Holmes aber befand sich jetzt am Geländer, welcher sich am Ufer der Themse hinzog. Da kurz vor ihm waren der Inder und seine rätselhafte Gefährtin auf eine der Brücken getreten, die in die Themse hinausragten und an denen die kleinen Schlepperdampfer anzulegen pflegten. Sherlock Holmes wusste, dass Hopkins sicherlich bald hinter den beiden herkommen würde, vielleicht folgten auch noch andere verdächtige Männer. Der Detektiv durfte sich nicht zeigen, aber sein Plan war bereits gefasst und geräuschlos wie einer der Brillenschlangen Nansing's kroch Holmes in das Gebälk unter die Brücke hinunter. Da hingen nun dicht über den gurgelnden Wasser an der Themse. Sherlock Holmes war mit der Bauart dass er solchen ungewöhnlichen Platz als Lauschposten benutzte. Wie eine Katze kletterte er an den Streckbalken entlang, bis er das Ende der Brücke erreicht hatte. Dort musste der Inder und seine Gefährtin stehen, und zwar über dem Detektiv. Holmes war nur noch zwei Zoll dicke Bretter von ihnen getrennt, und da sich in diesen Brettern schmale Lücken befanden, so konnte er alles hören, was da oben gesprochen wurde. Deutlich vernahm er das Schluchzen des Mädchens, welches noch immer weinte. Dazwischen hörte das ungeduldige Trappeln des Inders, der ruhelos über ihm hin und her lief. »Hör auf zu weinen, Nauma!« hörte Holmes plötzlich in dem ihm wohlbekannten Dialekt den Alten sagen. »Hör auf zu klagen! Geschieht doch alles nur um deinetwillen, damit du reich und mächtig wirst, wie es unsere Vorfahren ehedem gewesen sind.« »O Heim, was hast du getan?« entgegnete das junge Mädchen mit gedämpfter, aber deutlich vernehmbarer Stimme. »Die Schlange war gereizt und für den Seemann war es die einzige Rettung, dass ihr das Tier mit dem Krug zerschmetterte. Er hätte dich festnehmen lassen können. »Weshalb denn?« erwiderte der Mann knurrend, umherspäte. »Das konnte er nicht, denn er hatte nicht den geringsten Beweis, dass die Schlange ihn angreifen sollte. Selbst wenn er mich hätte verhaften lassen, würde es ihm nicht genützt und mir nichts geschadet haben, denn ich hätte alle böse Absicht geleugnet und alles auf einen unglücklichen Zufall geschoben. »Wein nicht mehr, Nauma! Deine Klagen gelten nur der Sehnsucht nach der Heimat und dieser Wunsch soll bald befriedigt werden. Nur noch wenige Wochen, dann verlassen wir dieses Land mit seinen grauen Nebeln, dieses Land, in welchem die glühende Sonne Indiens fehlt. Dann fahren wir heim, denn unser Ziel ist dann erreicht. Wir haben das, was wir erlangen wollten. Es kann uns gar nicht fehlschlagen. Oh, darüber will ich nicht reden. klagte das Mädchen mit unendlich weicher und wohllautender Stimme. Das Furchtbarste ist nur, dass du deiner glühenden Rachsucht auch noch zwei verderben willst, welche doch gar keine Schuld tragen. Hör auf, zischte Nanzing. Du bist eben ein schwaches Geschöpf, du bist leiden, deshalb verzeihe ich dir alles, was du sprichst. Sind die beiden nicht die Kinder jenes Mannes, welcher so treulos Verrat übte, der deine Mutter verließ und dadurch ihren Tod herbeiführte? Seit jenem Tage hasste ich ihn und sein ganzes Geschlecht und ich will es austilgen, denn so befehlen es unsere Götter. Oh, wäre ich doch deinem Verlangen nie nachgekommen, erwiderte das Mädchen offenbar in tiefster Verzweiflung. Hätte ich vorher gewusst, was sich hier ereignen würde, dass ich Zeuge jener entsetzlichen Vorfälle sein müsste, ich wäre nie deinem Willen nachgekommen, nie hätte ich meine geliebte Heimat verlassen, furchtbar. Furchtbar ist es. Nachts, wenn ich schlafe, fahre ich jählings empor, dann höre ich das dumpfe Schnappen, das laute Aufschlagen des Brettes, den Sturz und den gellenden Schrei und dann das dumpfe Röcheln. Das wird mich verfolgen bis zu meiner letzten Lebensstunde. Die Klappe! Das Mädchen hielt Jählings inne und Holmes war fest davon überzeugt, dass der unheimliche Inne entweder seine Hand auf den Mund des zarten Mädchens presste oder dass er gar in seine Erregung mit seinen krallenartigen Fingern den Hals Naumas umfasste. Er war nahe daran, aus seinem Versteck hervorzukommen, aber er besann sich noch rechtzeitig. Bin ich denn noch Sherlock Holmes? sprach er zu sich selbst. Wahrlich, beinahe hätte ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Torheit begangen. Freilich, jetzt ist Schuppen vor meinen Augen gefallen. Nur noch einen Namen muss ich wissen, nur noch einen einzigen Namen. Nansing schien jetzt das Mädchen wieder losgelassen zu haben, wenigstens hörte Holmes von neuem das Weinen des Mädchens und die Schritte des Mannes, der dicht über seinem Kopf herumstampfte. Gut ist, dass das niemand in der Nähe ist, knurrte Nansing. Freilich gebrauchen wir unsere geliebte heimische Sprache, aber jener Mensch, den mir unser Freund zeigte, der hat in derselben Sprache zu mir geredet. Nauma, sei still! Du weißt, mein Kind, dass ich dich liebe, aber jenen Mann in der Matrosenkleidung, den hasse ich. Ich habe das Gefühl, als würde er uns noch einmal begegnen. Doch dafür lasse unsere Freunde sorgen. Den nennst du Freund, erwiderte das Mädchen. Mich graust es, wenn ich ihn sehe. Zwar ist er jung und schön und spricht freundliche Worte zu mir, aber ich lese in seinen Augen, dass er ein schlechter Mensch ist und dass er auf Unheil sind. Du vertraust ihm, aber denke an mich. Er wird alles allein haben wollen, alles. Er gebraucht uns jetzt nur als Mittel zu seinem Zweck und wenn er den erreicht hat, wird er erst sein wahres Gesicht zeigen. Nein, ich weiß es besser, knurrte der Inder. Er meint es gut mit uns. Er hat für uns gesorgt, dass wir nahe daran waren, hier ins Elend zu geraten, als und wo wir wenigstens in den Zimmern des alten Hauses an die geliebte Heimat erinnert werden. Er hat es getan und deshalb muss ich ihm dankbar sein. Er tut es nur aus Eigennutz, verlass dich darauf, o Heim, ich lese in seiner Seele, wenn er uns nicht mehr braucht, so wird er kaltblütig. Das junge Mädchen hielt abermals Jährlings inne und auch Holmes zeigte jetzt die Regungslosigkeit einer Marmorstatue. Schritte erklangen auf der Brücke. Es schienen zwei Männer zu sein, die eiligst über die Bretter rannten und sich allem Anschein nach dem Inder und seiner Gefährtin näherten. So, da sind wir, sprach eine Stimme, die Holmes sofort erkannte. Es war Hopkins, der noch mit einem anderen Manne die Brücke betreten hatte. Die anderen sind nicht gewusst, dass wir schon so früh kommen würden. Ist auch keine Gefahr vorhanden? fragte Nancy in englischer Sprache. Der Mann in der Seemannskleidung besaß Augen, vor denen ich mich fürchtete und erkannte die Sprache meiner Heimat. Kann er uns nicht folgen? Seid unbesorgt, erwiderte Hopkins. Einer von den Jungen passt am K auf und er gibt sofort das Signal, wenn er etwas Verdächtiges bemerkt, nein, in dieser Nacht haben wir von diesem Menschen nichts mehr zu befürchten. Ihr wart schon eine ganze Weile fort, als er die Opium Kneipe verließ. Er sucht euch vielleicht in den Straßen oder in anderen Restaurants. Er hat keine Ahnung, dass ihr nach der Temse gegangen seid. Noch weniger wird er vermuten, dass ihr in einem Boot vom anderen Ufer herüber gebracht wurdet. Wir müssen nun allerdings eine Weile warten, bis das Boot kommt, das uns hinüber holt. Das war doch eine prächtige Idee von mir, auf diese Weise entgehen wir jeder Beobachtung. Denn wenn auch dieser Sherlock Holmes noch so schlau ist, über die Temse kann uns nicht folgen. Oder er müsste hinüberschwimmen, das dürfte ihm schwerlich gelingen. Nein, nein, das lässt er bleiben, und ein Boot hat er Eine Weile herrschte oben Schweigen, aber Holmes, der dicht unter den Brettern an die Balken geschmiegt lag, verspürte plötzlich ein seltsames Gefühl. Es war ihm, als ob etwas Feuchtes, Kaltes durch seine Kleider drängte. Etwas erstaunt ließ er die Hand sinken. Er taucht ins Wasser, und da wurde es Holmes klar, in welch gefährlicher Lage er sich befand. Die Flut war nämlich eingetreten und die Themse, in der sich die Meeresflut fast genauso zeigte wie an der Küste, stieg rasch. Der Detektiv musste damit rechnen, dass das Wasser bis an die Bohlen stieg, ja, sogar durch die Lücken derselben drang. Es war nicht seltenes, dass das Wasser sogar einige Zoll hoch die Brücke bedeckte. Der Detektiv hörte auch, dass seine Gegner über ihm das Steigen dem Inder riet, sie sollten, wenn das Wasser hochstieg, sich auf das Brückengeländer setzen. Jetzt war für Homs die Situation höchst peinlich geworden. Zwar hätte er gar zu gerne noch eine Weile gelauscht und zu erfahren, was von Bedeutung für ihn sein konnte, doch hatte er das Wichtigste schon erlauscht. Der Name Gary war es gewesen, der mit einem Schlage die Dunkelheit zerstreute und wie ein greller Lichtstrahl durch die Finsternis leuchtete. Welcher das Tun und Treiben der von Sherlock Holmes Gesuchten umgab. Nicht minder waren es auch die Worte Naumers gewesen, welche Holmes die richtige Spur wiesen. Freilich stand ihm noch immer eine gefährliche Aufgabe bevor. Er musste die Verbrecher gewissermaßen auf frischer Tat überführen, ehe sie die Spuren ihrer Verbrechen verwischen konnten. Jetzt dachte er daran, seinen Platz zu verlassen. Das geschah wohl am einfachsten, wenn er unter der Brücke hinweg schwamm, unter das Wasser tauchte und weiter hinauf am Thames Cay zu landen suchte. Das Wasser stieg immer höher und Sherlock Holmes war soeben im Begriff unter zu tauchen, um an das Ufer zu schwimmen. Aber als er den Balken, an dem er Stoßen, fühlte er plötzlich, dass sein Bein eingeklemmt war. Ein Balken, der ebenfalls unter der Brücke auf dem Wasser schwamm, war gehoben worden, von der steigenden Flut in die Höhe gebracht und klemmte das Bein des kühnen Mannes so fest gegen die Brücke, dass es Holmes einfach unmöglich war, es hervorzuziehen. Entsetzliche Lage. Sherlock Holmes wusste, dass es ihm nicht möglich war, den Balken beiseite zu stoßen, denn dazu war letzterer zu groß und zu schwer, auch hätte er durch das leise Geräusch die gefährlichen Menschen auf der Brücke argwöhnisch und auf sich aufmerksam gemacht. Jeder andere hätte in dieser entsetzlichen Lage verzweifelt. Holmes aber bewahrte seine eiserne Selbstbeherrschung, obwohl er auch jetzt meinte, dass dieses neue Abenteuer verhängnisvoll für ihn ablaufen müsste. Die Hälfte seines Körpers war bereits durchnässt. Das Wasser war eisig kalt. Man vernahm das leise Gurgeln des höher steigenden Wassers und Holmes war es zumute, als ob der Tod zollweise herankröche. Nur noch fünf Zoll brauchte das Wasser zu steigen, dann befand sich der Kopf des Detektivs unter dem Wasser, dann begann der letzte verzweifelte Todeskampf und die Verbrecher konnten triumphieren. Man würde den berühmtesten Detektiv der Welt als Leiche aus der Themse fischen. Sechstes Kapitel Im Alten Hauser Charles Holmes gab die Hoffnung nicht auf. Er war einer jener Männer, welche bis zum letzten Augenblick um sein Leben kämpften. Er stemmte beide Ellenbogen gegen den Balken, in denen er hing und versuchte den Kopf zwischen die Balken zu pressen, auf welche die Brette der Brücke geneigelt waren. Das gelang teilweise und jetzt hörte Holmes wieder über sich die Worte, welche Hopkins mit seinen Gefährten da sie aber etwas entfernt von Holmes gestanden, hatte er nicht verstehen können, was die beiden sprachen. Vielleicht betraf es einen Anschlag auf sein Leben, da mochte ein neuer boshafter Plan verabredet werden. Die Leute geben sich wirklich viel Mühe um mich, dachte Holmes. Schließlich besorgte Temse, was alle Verbrecher von London nicht fertig bekommen konnten. Dagegen lässt sich aber nichts tun und sterben müssen wir alle einmal, ob so oder so. Ich sterbe in meinem Beruf, den ich mir selbst erwählt habe. Jetzt müsste das Boot bald kommen, hörte Holmes Hopkins sagen. Es ist Zeit, denn der Nebel wird immer dichter. Wie ist es denn mit den verdammten Revolvern, fragte der Gefährt des Verbrechers. Du wolltest uns doch Schusswaffen besorgen, da wir bis jetzt nichts weiter als unsere Dolche Wir haben alles aufgeboten, um Revolver zu erlangen, aber an den alten Stellen war alles konfisziert und wir sind erst kurze Zeit wieder freiem Fuße. Hast du nicht noch einige Schusswaffen? Ich besitze nur meinen Revolver, entgegnete Hopkins. Einen zweiten habe ich dem Inder, dem Ninsang gegeben, denn er bestand durchaus darauf und man darf diesen Leuten nichts abschlagen. Du weißt ja, es ist sehr notwendig, dass wir Nansing bei guter Laune halten. Aber sei ohne Sorge, morgen soll es mein erster sein, dass ich die Schusswaffen kaufe. Ich weiß auch schon ein paar Stellen, wo ich sicher welche bekomme. Ihr braucht vier Stück und wenn ich die an zwei oder drei verschiedenen Stellen kaufe, so wird das nicht auffallen. Man ist in London sehr aufmerksam und damit die Verbrecher nicht in Besitz von Revolvern und Munition gelangen. Vielleicht steckt auch der verdammte Holmes dahinter, denn er möchte am liebsten mit uns allen aufräumen. Morgen in aller Frühe gehe ich von Gary weg und besorge die Schusswaffen. Am Mittag habe ich dieselben. Aber da kommt das Boot. Siehst du das Schwarze? Da kommt es endlich durch den Nebel heran. Homes dessen Lage immer fürchterlicher, immer unerträglicher wurde, vernahm jetzt deutlich Ruderschläge. Von dem jenseitigen Ufer der Themse kam ein Boot herangefahren. Gleich darauf erzitterte die Brücke, als das ziemlich große Fahrzeug dagegen stieß. Holmes vernahm, wie Hopkins dessen Gefährte der Inder und das Mädchen in das Boot stiegen, hörte auch das Signal, mit welchem Hopkins den wache habenden Gefährten herbeirief. Gleich darauf kam der Letztere über die Brücke gerannt und stieg ebenfalls in das Boot. Hast du etwas von Sherlock Holmes gesehen? hörte der unter der Brücke eingeklemmte Holmes noch fragen. Nein, keine Spur, lautete die Antwort. Es ist überhaupt niemand der Brücke zu nahe gekommen. Der wird wohl noch in der Stadt herumrennen und in alle Kneipen gucken, um den Inder und dessen Begleiterin zu entdecken. Da kann er lange suchen. Ja, und der Teufel holt ihn doch, knirschte Hopkins. Den Kopf muss ich mir allerdings anstrengen, um einen Ausweg zu entdecken. Schade, dass Dan tot ist. Der hätte schon irgendetwas ausgeheckt, denn das mit dem Stock war seine Idee. Und Nanzing hatte ihm dabei trefflich geholfen. Schade. Na, es wird sich noch zu schicken. vorwärts, Jungen. Trotz seiner fürchterlichen Lage bemerkte Sherlock Holmes doch, dass die Ruder mit Lappen umwickelt sein mussten, um so wenig Geräusch als möglich zu verursachen. Immer leiser wurden die Schläge, bis sie endlich ganz verstummten. Jetzt war still um Holmes bis auf das leise Murmeln und Gluckern des Wassers, welches bereits das Kind des kühnen Mannes berührte. Ich will nicht sterben, ich will nicht, flüsterte Sherlock Holmes vor sich hin. Jetzt, wo ich nahe dran bin, einen der schrecklichsten Frevel aufzudecken, jetzt soll ich elendig so umkommen wie eine eingeklemmte Wasserratte, niemals, ich will freikommen und ich muss. Sherlock Holmes stemmte sich abermals mit den Ellenbogen fest. Der eine wich und wankte nicht. Höher stieg das Wasser, jetzt berührte es bereits die Lippen des Detektivs. Da, eine letzte, furchtbare Anstrengung. Sherlock Holmes fühlte, wie der Balken ein wenig kippte. Ein heftiger Ruck und der eingeklemmte Fuß war frei, zwar gequetscht und blutig, aber das kümmerte Holmes nicht im geringsten. Mit einem jähem Taucherschwung schoss er unter das Wasser. Es war eisig kalt, aber der Detektiv fragte nicht danach. Mit kräftigen Stößen arbeitete er sich unter der Brücke fort und jetzt tauchte er in der Flut empor. In wenigen Sekunden war er an der Brücke und zog sich mit leichter Mühe auf die festgerammten Bohlen. Gott sei Dank, vorerst war er gerettet. Eine Stunde später hörte er die Frau, welche Holmes das Absteigequartier vermietet, jenes eigenartige Klopfen, mit welchem der berühmte Detektiv seine Ankunft ankündigte. Der flinke Bursche, welcher Holmes so gute Dienste leistete, schlief bereits fest. Die Frau aber sprang auf und öffnete. Beim Schein der trüb brennenden Öllampe sah sie Sherlock Holmes, der eintrat und auf der Stelle nach der Tür zu seinem Zimmer eilte. Herr des Himmels, rief die Frau, Sie sind patschnass, Sie An einem Ort, an dem ich nicht einmal meinen ärgsten Feind hinwünsche, gab Holmes mit gewohntem Humor zur Antwort. Jedoch Sie entschuldigen wohl, dass ich Ihnen nicht erst lange Rede und Antwort stehe. Ich sehne mich danach, aus den nassen Kleidern und ins Bett zu kommen. Gute Nacht. Wecken Sie den Jungen morgen früh um fünf. Ich habe wieder einen Auftrag für ihn. Damit verschwand Holmes in seinem Zimmer und bald lag er im Bett während in seinem nimmer rastenden Geist die Ereignisse der letzten Stunden noch einmal vorüberzogen. Also Gary, murmelte er, als er sich alles überlegt hatte. Freilich, auch ein Detektiv braucht manchmal ein bisschen Glück und kann froh sein, wenn er den Lauscher spielen darf. Da hätte ich in der Millionen Stadt lange suchen können, bis ich Lise Donners und ihren Diamanten behalten wird. Und wenn alles gut geht, kann auch ihr Bruder das Erbe seines Vaters wiederbekommen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass mir neue gefährliche Abenteube vorstehen. Hopkins wird sich alle Mühe geben, sein Wort zu halten. Und ich werde mir Mühe geben, diesen getriebenen Burschen zuvor zu kommen. Es ist ein Wettrennen, ein richtiges Wettrennen und es fragt sich nur, wie er zuerst anlangt. Indes genügt es, wenn ich Hopkins nur um eine Nasenlänge schlage. Um fünf Uhr stand der flinke Bursche in Holmes Zimmer und erhielt von dem Detektiv einen Auftrag, den der Junge gewissenhaft auszuführen versprach. Holmes überreichte dem Jungen einige wohlverschlossene Zettel, die er bereits geschrieben und schärft ihm nochmals ein, mit der größten Vorsicht zu Werke zu gehen. Schau mal, mein Junge, sprach er zu dem aufmerksamen Burschen, du hast mir schon oft gesagt, dass es dein Herzenswunsch wäre, mal bei der Polizei eingestellt zu werden. Ich glaube auch, dass in dir etwas steckt. Die Aufträge, die du jetzt ausführen musst, sind ungeheuer wichtig, es hängt viel von ihnen ab. Tust und mit dem 18. oder 19. Lebensjahr bei der Polizei angestellt wirst. Also gib Acht, diesmal sollst du dir deine Zukunft verdienen. Ich habe dir hier alles beschrieben und du musst bei dem betreffenden Hause aufpassen, bis Hopkins das Gebäude verlässt. Geld zum Fahren hast du. Und wie ich dich kenne, wirst du dich wie ein Schatten an seine Fersen heften. Lass dich du, was ich dir befohlen habe. Ist Hopkins wieder nach Hause zurück, so gehst du nach den Läden zurück, in denen er gewesen ist und holst die schriftlichen Antworten ab, welche als dann bereit liegen werden. Das ist alles, mein Junge. Nun zeige, was du kannst. Der Lohn soll nicht ausbleiben. Der Junge verschwand wie ein Wiesel und Holmes machte sich wieder an das Studium der seltsamen Dokumente, die aus der Hinterlassenschaft des Major Donaldson stammten. Jetzt wird mir alles viel leichter, meinte er, als er wohl eine Stunde lang eifrig über die Papiere gebeugt gesessen und wiederholt seine Notizen gemacht hatte. Jetzt sehe ich klar und brauche nicht mehr zu suchen. Es ist kaum zu glauben, welche Fülle der Leidenschaft hier in diesen Schriften niedergelegt ist. Der Major hat ein wenig leichtsinnig gehandelt, aber ich bin überzeugt, dass er seine Schuld schwer büßen musste. Was muss der Mann gelitten haben? Ich werde alles mit dem jungen Donaldson besprechen und der soll seiner leidenden Schwester gegenüber offen sein. Er kann wieder gut machen, was sein Vater fehlte. Nach diesen rätselhaften Worten packte Sherlock Holmes sorgfältig die Papiere ein und übergab sie der Wirtin zur Aufbewahrung. Dann ließ er sich ein gutes Frühstück zubereiten, dessen er nach den Abenteuern der letzten Nacht bedurfte. Es ist ein eigenartiges Gefühl, meinte Holmes, als die Frau wieder hinausgegangen war und er die Schüssel heranzog. In meinem Beruf muss man immer damit rechnen, dass man die Henkers Mahlzeit hält. Denn man weiß nie, ob es nicht der letzte Bissen ist, den man auf Erden genießt, da gerade ich speziell das Pech habe, vielen Leuten zu missfallen. Es gibt viele, die den innigen Wunsch hegen, dass endlich der gehasste und gefürchtete Sherlock Holmes vom Schicksal ereilt werde. Ich denke, so gegen Abend werde ich dem indischen Agenten einen Besuch abstatten. Aber das kann nicht eher geschehen, bis der Junge zurückkehrt. Ich muss erst wissen, was das Bürschchen ausgerichtet hat. Davon hängt alles ab und danach muss ich handeln. Es hat keinen Zweck, wenn ich nicht die Verbrecher dazu bringe, dass sie die Maske abwerfen und dass ich nachweisen kann, was in dem Hause geschehen ist. Das ist nun meine letzte Aufgabe und dabei denke ich auch zu erfahren, was aus dem Diamanten des jungen Henry Donaldson wurde. Die Zeit verging. Die Entscheidung rückte näher, aber Holmes bewahrte die gewohnte Ruhe. Es schien gar nichts zu geben, was den ungewöhnlichen Mann aus der Fassung brachte. Kein Zeichen von Erregung machte sich bemerkbar. Er schritt so ruhig im Gemach auf und ab, als stände ihm durchaus kein schwerer gefährlicher Gang bevor, während Sherlock Holmes in Wirklichkeit beabsichtigte, sich in den Rachen des Todes zu wagen. Es wurde schon dunkel, als der Knabe endlich atemlos und erhitzt die Zimmertür auffriss und Holmes mit triumphierendem Blick drei Zettel hinreichte. Schweigend nahm der Detektiv die Papiere, dann nickte er dem Knaben freundlich zu und legte ihm die Rechte auf die Schulter. Das hast du gut gemacht, sprach er anerkennend, wirklich ausgezeichnet, ich bin sehr zufrieden mit dir. Hat er dich auch nicht oft zu Gesicht bekommen? Ich glaube wohl gar nicht, erwiderte der Borsche, und wenn es wirklich einmal geschehen ist, so bin ich ihm sicherlich nicht aufgefallen. Freilich sauer genug hatte es mir gemacht, er war mir sehr vorsichtig und ließ sich vor allen Dingen Zeit, aber das ist ihm doch nicht in den Sinn gekommen, dass ich, den er höchstens für einen schmierigen Betteljungen halten konnte, ein Gehilfe des berühmten Sherlock Holmes sei. Höllisch schlau ist er Herr, denn er hat zu seinen Besorgungen lange Zeit gebraucht. Um sieben Uhr kam er aus dem Hause, aber ich bin fest überzeugt, dass er erst eine ganze Weile im Flur gestanden und die Umgebung beobachtet hat. Sicherlich hat er auch erst aus dem Fenster gesehen, da ich einmal bemerkte, wie sich die Vorhänge etwas bewegten. Ich folgte ihm wie ein Schatten. Um zehn Uhr kaufte er den ersten Revolver, gleich nach Tisch zwischen zwölf und eins kaufte er sich zwei dieser Waffen bei einem Altwarenhändler und um drei Uhr hatte er die vierte Waffe gekauft. Unterdessen ist er fast durch ganz London gegangen und gefahren, aber ich war immer hinter ihm nach. Er konnte mir nicht entwischen und er hat mich gewiss nicht beachtet. Er hat sich sicherlich nur nach Männern umgesehen, nach Ihnen, Herr, das ist sicher. Er hat gefrühstückt, Mittag gegessen, aber ich habe immer geduldig gewartet und nicht eher verlassen, bis er mit seinen Paketen wieder in dem alten Hause verschwand. Dann habe ich mir bei den Händlern die Antwort abgeholt, welche sie erbeten haben, und dadurch ist es so spät geworden. Aber sie können sich darauf verlassen, ich habe nicht an mich gedacht und unterwegs nur ein paar Bissen Butterbrot gegessen, das ich in der Tasche hatte. Brav, mein Junge, sprach Holmes nochmals, du hast alle meine Aufträge zu voller Zufriedenheit erfüllt. Nun springe rasch zu deiner Mutter und lasse dir ein paar belegte Brötchen geben, denn es hilft alles nichts, du musst nochmals fort und einen Auftrag ausrichten. Dann kannst du dich einer Weile ausruhen, bis ich deiner wieder bedarf. Ich glaube, heute Abend wird sich alles entscheiden. Es mochte 7 Uhr abends sein, Holmes das Absteigequartier verließ und plötzlich wie immer unvermutet auf der Straße auftauchte. Er trug anständige Bürgerkleidung, aber seltsamerweise keine Maske. Er war eben Sherlock Holmes und wie er so durch die Straßen schlenderte, schien es, als hätte der berühmte Detektiv nicht das geringste vor, sondern dächte allein und einzig daran, einen kleinen Spaziergang zu unternehmen. Sherlock Holmes benutzt nun ein einziges Mal die Straßenbahn und dann nur für eine kurze Strecke. Er schien es absolut nicht eilig zu haben und es war wohl schon 8 Uhr vorüber, als er sich in einem der ältesten Stadtteile Londons befand, in Chelsea, nahe dem Ufer der Themse. Das war das Ufer, welcher der Brücke gegenüber lag, unter welcher Holmes in dieser Nacht sein gefährliches Abenteuer bestanden. Er schaute flüchtig hinüber nach der Stelle hin, wo jenseits des Flusses das gewöhnliche Treiben herrschte. Da brannten die elektrischen Laternen und beim Schein derselben sah Holmes die Lastträger, die ungeduldig auf das Ende ihres Tagewerks warteten. Der Detektiv ging am Kay entlang, bis er an der Ecke einer kleinen stillen Gasse Halt machte. Dann ging er ein paar Schritte hinein und blieb vor einem ziemlich alten Hause stehen, welches wohl nur zum Teil vermietet war, denn verschiedene Zettel hingen daran, auf denen Wohn- und Geschäftsräume angepriesen wurden. Dicht neben der Haustür war ein Schild angebracht, welches in ziemlich plumper Malerei einige exotische Gegenstände zeigte und drauf las man die Worte Arthur Gary Agentur für den Import indischer Erzeugnisse. Also hier ist es, meinte Charles Combs. Wahrhaftig, das hätte mir eigentlich auch in den Sinn kommen können, aber bei den vielen Schlupfwinkeln, die es in London gibt und da ich am Anfang noch ganz im Dunkeln tappte, konnte ich nicht daran denken, dass sich hier der Schlupfwinkel der Banditen befinden könnte. Freilich, der Name Gary hat genügt, um das Dunkel zu erhellen und als ich vollends im Adressbuch nachsah und erfuhr, dass Gary in diesem Hause wohnt, da waren alle übrigen Kombinationen eine Kleinigkeit. Ich treffe sicherlich den famosen Herrn Gary zu Hause. Im Erdgeschoss wohnt er ganz richtig und ich will nicht Sherlock Holmes heißen, wenn das Büro dieses Mannes sich nicht in dem Zimmer befindet, welches die Einrichtung enthält, welche die junge Inderin erwähnte. Damals war es eine Niederlage, ein Magazin und da diente das Versteck auch mal einigen Spitzbuben als Schlupfwinkel. Das ist freilich lange her, sehr lange sogar und die Halunken sind sicher fest davon überzeugt, dass niemand mehr hier an diese alte Baracke denkt. So, nun werde ich mal mit diesem Herrn Gary ein Wörtchen sprechen. Ein Vorwand zum Eintreten ist bald gefunden, das sollte mir nicht schwer fallen. Sherlock Holmes blieb noch einen Augenblick stehen und sah die Gasse hinauf und hinab, dann zuckte er die Achseln. Noch können sie nicht hier sein, meinte er, aber die Unterhaltung wird eine Weile dauern und bis dahin werden sie schon kommen. Ich habe es ihnen eilig genug gemacht. Schließlich können sie aber auch nicht eher einspringen, bis der geeignete Moment gekommen ist. Also, gehen wir hinein. Ganz recht, hinten ist die Wohnung und natürlich auch das Büro. Die Fenster münden nach dem Hofe. Ganz vortrefflich. Sherlock Holmes öffnete die Haustür, ging über den Flur und setzte eine Glocke in Bewegung, die sich an einer Tür befand, an welcher in Gold Buchstaben nochmal der Name des Agenten stand. Es dauerte eine Weile, eh man schlürfende Schritte vernahm. Es schien erst jemand durch ein Guckloch zu sehen und dann wurde die Tür langsam geöffnet. Vor Holmes stand ein hagerer Mann, der sicherlich schon bejaht war. Haar und Bart waren fast weiß. Die Augen des Mannes waren stechend und unstead, als ob der Agent kein gutes Gewissen hätte. Womit kann ich dienen? fragte er, als Sherlock Holmes ohne weiteres in den Korridor eintrat. Das können wir wohl drinnen in ihrem Büro besprechen, gab der Detektiv kaltblütig zur Antwort. Ihr ist nicht der richtige Ort dazu. Ich weiß, dass sie indische Erzeugnisse einführen und da ist es nicht ausgeschlossen, dass ich einiges kaufe. Der alte Herr schien unentschlossen zu sein, er sah bald auf Sherlock Holmes und dann wieder nach der Bürotür hinüber, die halb offen geblieben war. Ja, es ist aber jetzt fast gar nichts vorhanden, meint er endlich. Neue Sachen erhalte ich erst gegen den Herbst hin. Ich habe gerade in der letzten Zeit viel verkauft, um zu räumen. Nun, vielleicht ist doch noch etwas da, entgegnete Holmes. Im Übrigen muss ich mit Ihnen sprechen, also bitte. Ja, ich weiß wirklich nicht, erwiderte der alte Herr. Die Bürostunden sind schon vorüber. Ich werde meinen Kompagnon fragen, vielleicht kann Ihnen dieser noch etwas zeigen. Ich selbst beschäftige mich jetzt nur noch mit der Korrespondenz und habe überhaupt nicht die Absicht, das ganze Geschäft aufzugeben. So, so, einen Kompagnon haben Sie auch, meinte Holmes. Das wusste ich nicht, aber Sie können ihn rufen. Man sah es dem Agenten an, dass er Holmes misstraute. Er war vielleicht der Meinung, dass dieser Mann, der ihn natürlich völlig unbekannt sein musste, möglicherweise von der Polizei käme. Holmes machte seiner Unschlüssigkeit bald ein Ende. Ich glaube, Ihr Kompagnon heißt Hopkins, sprach der Detektiv. Ich müsste mich schon sehr täuschen, wenn dies nicht der Fall wäre. Sie wundern sich, dass ich das weiß? Nun, man hört so manches und der Kompagnon ist ein sehr tüchtiger Mensch, der seine Befähigung bereits bewiesen hat, allerdings in einer Weise, die nicht gerade allgemeine Sympathie findet. Kommen Sie, mein Herr, führen Sie mich in Ihr Büro, ich habe in der Tat Wichtiges mit Ihnen zu besprechen. Es ist eine dringende Sache, der Sie sich gar nicht entziehen können. Mein Herr, erwiderte der Agent, indem er sich emporrichtete. Ich kenne Sie nicht und muss mich deshalb über Ihre Worte außerordentlich wundern. Das klingt fast, als ob ich mich einer Art Verhör unterziehen sollte. Jetzt muss sich dringend um Ihren Namen bitten. Oh, gewiss, sehr gern, entgegnete der Detektiv. Sehen Sie nur und sagen Sie Ihrem Kompagnon, Sherlock Holmes wäre hier. Er wird schon wissen, wer das ist. Ich bezweifle nicht, dass er alles bald herbeieilen wird, um mich zu begrüßen. Zunächst können wir beide miteinander reden. Meinen Namen wissen Sie nun, ich glaube fest, dass es nicht unwahrscheinlich Ihnen Ihr Kompagnon, Sherlock Holmes betonte das Wort spöttisch, einiges von mir erzählt haben. Es war interessant, das Gesicht des Agenten zu beobachten. Anfangs hatte ihn seine äußerste Überraschung verraten, denn er war ohne Zweifel über die Kühnheit des Detektivs starr gewesen. Nun aber zeigte es sich, dass er auch einen guten Teil Selbstbeherrschung besaß. Genug, er stieß die Bürotür vollends auf und ließ Holmes eintreten. Man sah auf der Stelle, dass dieser Raum früher ein Magazin gewesen war. Die Decke war gewölbt und die vordem kallen Wände jetzt mit einer schlechten gelben Tapete bekleidet. Man sah einen Sessel, einen auffallend großen Schreibtisch, vor dem ein ziemlich großer Teppich in schreienden Farben die ziemlich arg mitgenommenen Dielen verdeckte. Die Wände waren drapiert und mit allerhand Erzeugnissen aus dem Wunderland Indien dekoriert. Da hingen bunte Schalen und eine Anzahl älterer Waffen, wie sie in Indien zum Export gebracht werden. Daneben grinsten ein paar geschnitzte bunte Götzenbilder herab. Sherlock Holmes, der alles sah, gewahrte, dass keine baulichen Veränderungen vorgenommen worden waren. Er hatte diesen Raum als Magazin zwar einmal vor sechs oder sieben Jahren betreten, aber sein Gedächtnis war erstaunlich. Und so fand er sich sofort zurecht, als ob er sich erst vor wenigen Tagen hier aufgehalten hätte. Außer der Tür nach dem Korridor befanden sich in dem Raum noch zwei Ausgänge. Der eine etwas rechts vom Schreibtisch wurde durch eine hinter einem Teppich verborgene Tür versperrt. Der zweite Ausgang war zur linken und dort wallte ein großer grüner Vorhang herab, der die Tür bedeckte. Sherlock Holmes hatte sich sofort auf einem Sessel niedergelassen und heftete seine durchdringenden Augen auf den Schreibtisch und auf den bunten Teppich, der vor demselben auf dem Boden lag. Gerade dieser Teppich schien dem Detektiv ungemein zu interessieren. Ich will wenigstens Mr. Hopkins von ihrer Anwesenheit benachrichtigen, meinte der Agent. Sie entschuldigen wohl einen Augenblick, Mr. Holmes? Sehr gerne, antwortete der Detektiv kaltblütig. Bitte, ich warte. Der Agent ging sichtlich aufgeregt zur Tür rechts hinüber und öffnete diese. Er trat hinaus, blieb aber dicht hinter der Tür stehen. Sherlock Holmes vernahm deutlich ein Flüstern. Ganz wie ich mir es dachte, murmelte der Detektiv. Hopkins wird jetzt wissen, dass ich hier bin und ist vollkommen überrascht. Er sucht sich aber zu fassen. Es wäre die größte Dummheit gewesen, wenn ich die Polizei mitgebracht hätte. Die Gesellschaft würde sicherlich Zeit gefunden haben, jedes Verdächtige zu entfernen, denn sie sind sicher auf der Hut. Das Flüstern hinter der Tür dauerte einige Minuten, dann kam der Agent zurück, ging um den Schreibtisch herum und ließ sich auf den dahinterstehenden Sessel nieder. Mein Kompagnon sagt allerdings, dass er sie flüchtig kennt, meinte Gary mit erzwungener Höflichkeit. Es ist möglich, dass er nachher kommt. Bitte sagen Sie mir doch, womit ich Ihnen dienen kann. Nun, ehe wir das eigentliche geschäftliche berühren, möchte ich eine Frage an Sie richten, Mr. Gary, begann Sherlock Holmes, der sich scheinbar hier ganz behaglich fühlte. Ich habe aus Verschiedenem, was ich hörte und sah, erfahren, dass Sie einem alten Inder und dessen junge Verwandte bei sich aufgenommen haben. Ja, warum sollte ich denn nicht, erwiderte der Agent. Ich weiß zwar nicht, wer Ihnen das gesagt hat, aber da ist doch nichts Auffälliges dabei. Ich habe selbst lange Jahre in Indien gelebt und meine verstorbene Frau war eine Inderin. Da ist es kein Wunder, wenn ich den beiden Leuten, die ich zufällig elend und mittellos entdeckte, eine Unterkunft gewährte. Das war doch nur menschlich gehandelt. In der Tat, erwiderte Holmes, wenn es sich nur darum handelte, den Samariter zu spielen, wäre das sehr edelmütig gewesen. Aber sagen Sie einmal, Mr. Gary, womit gedenken Sie sich denn, Ihre edle Handlungsweise eigentlich bezahlen zu lassen? Ich mich bezahlen lassen, mit was denn? lautete die Gegenfrage. Die Leute haben ja nichts. Sie verdienen sich etwas Geld durch Vorführung von Gauklerkünsten, aber ich werde noch aus meiner Tasche zulegen müssen, damit sie die Heimreise nach Indien antreten können. Ach so, Sie wollen noch etwas auslegen, versetzte Holmes. Freilich, dass bare Geld mangelt, obwohl der Inder bei seiner Schaustellung ganz hübsch verdient. Der Mann hat übrigens in den letzten Wochen seine Künste nicht zum Besten gegeben. Es ist mir unerklärlich, weshalb sie sich darum bekümmern, sagte Gary. Ich habe auch keine Lust mit meinen Wohltaten zu prahlen. Genug, das Mädchen war krank. Und da ist der Alte bei seiner Verwandten geblieben. Sie machen mir nicht viel Mühe und sie sind still und bescheiden. Ich will es ihnen ermöglichen, dass sie binnen kurzem nach ihrer geliebten Heimat zurückkehren können. Umsonst wollen sie das tun, lächelte Sherlock Holmes. Wissen Sie, Mr. Gary, ich will Ihnen einmal etwas sagen. Sie sind ein Mann, dem man bis jetzt ohne seinem Vorleben keine Vorwürfe machen kann. Aber ich glaube, die Vereinigung mit ihrem Komponent dürfte ihnen gerade kein Glück für ihre Zukunft bringen. Und dann glaube ich auch, dass sie sich den Rücktransport der beiden in der Recht teuer bezahlen lassen werden. Was soll das heißen? Was bedeutet das? rief Gary empor springend. Es tut mir leid, Mr. Holmes, aber ich kann mich nicht weiter mit Ihnen unterhalten, es auch nicht geschäftlich. Es dürfte am besten sein, wenn wir die Unterhaltung auf der Stelle abbrechen. Das ist Ihr Wunsch, aber nicht der meine, erwiderte Holmes, der während er die Finger blickte und wohl sah, dass der Agent mit dem Finger der linken Hand nervös auf der Schreibtisch Platte hin und her fuhr. Das mag wohl sein, aber ich gedenke, die Unterhaltung noch fortzusetzen. Und da möchte ich Sie fragen, ob Sie wirklich nur aus purer Wohltätigkeit, aus Edelmut und Güte die beiden Inder heim senden wollen? Wissen Sie, an was ich gedenke, Mr. Gary? Ich denke, Sie wollen sich die Überfahrt zumindest mit einem der beiden Donnellschen Diamanten bezahlen lassen. Siebtes Kapitel Die Menschenfalle Die Wirkung dieser letzten Worte war furchtbar. Gary wurde kreidebleich, seine Hände ballten sich und erschien im Begriff zu sein, wütend aus seinem Sessel im Pur zu fahren. Mein Herr, schrie er, ich muss wirklich glauben, einen wahnwitzigen vor mir zu sehen. Was soll das heißen? Was bedeutet das? Was soll die Erwähnung der Diamanten, von denen in den letzten Tagen die Zeitungen berichteten? Was habe ich damit zu tun? Was Sie damit zu tun haben? meinte Sherlock Holmes. Hören Sie mal, Mr. Gary, Ihnen geht es noch schlimmer wie Ihrem Kompagnon, dem Hopkins. Ich vermute, dass ihr dort hinter der Tür steht, die angelehnt geblieben ist. Und er wird eifrig zuhören, aber das schadet nichts. Es ist mir sogar recht lieb, dass er alles hört. Also, wenn Sie es hören wollen, so geht meine Kombination dahin, dass die beiden Inder, welche sie so liebevoll und edel aufgenommen, die Absicht haben, die Donnellschen Nachlassenschaft für sich in Anspruch zu nehmen. Da die Leute aber keine gesetzlichen Rechte dazu besitzen, so versuchen sie, ihr Ziel durch Drohungen zu erreichen und gleichzeitig Rache zu nehmen, Rache für eine Schuld des verstorbenen Majors, die ich jetzt näher nicht erwähnen will. Diese Leute sind eigens nach London gekommen, um den Major aufzusuchen und mit ihm Abrechnung zu halten. Ich glaube bestimmt, dass das junge Mädchen nicht an diesem Rachegedanken teilgenommen hat, wohl aber jener finstere Mensch, der den Namen Nansing führt. Welche Schuld auf seiner Seele lastet, das wird wohl die Zukunft ergeben. Der Major starb schnell. So schnell, wie ein gewisser Sherlock Holmes sterben sollte, auf welchen ein bisher unbekannter Mann einen kleinen indischen Gift Pfeil abschoss. Sagen Sie mal, Mr. Gary, haben Sie vielleicht noch so ein spanisches Sammlung an Ihren Wänden? Die Dose mit dem Gift ist sicher untergebracht, ebenso der Rest der kleinen Pfeile, die jene Unbekannte mit sich führte. Haben Sie vielleicht noch ein Duplikat davon? Oder ist der seltsame Stock schon benutzt worden, als der Major so plötzlich starb, am Schlag Fuß, wie die Ärzte sagen? Wahrhaftig, wahrhaftig, es ist ein Irrsinniger bei mir eingedrungen, rief Mr. Gary. Sie spielen ihre Rolle schlecht, Gary, meinte Holmes, indem er aufstand. Doch wir wollen jetzt die Geschichte und den Major ruhen lassen. Ich sagte Ihnen schon, das kommt erst später an die Reihe. Sie sind lange in Indien gewesen und ich weiß, dass Sie Geschäfte mit allen Erzeugnissen dieses Wunderlandes machen. Da steht nun in meinem Adressbuch, welches ich besitze und in welchen Sie verzeichnet sind, folgendes unter der kurzen Ankündigung empfiehlt sich zu gewissenhafter Schätzung von Edelsteinen aller Art speziell indischer Juwelen. Mr. Gary, haben Sie nicht veranlasst, dass ein gewisser Archibald Donaldson, ein Neffe des Toten Majors, auf den Gedanken kam, einen auffallend großen Diamanten bei Ihnen schätzen zu lassen, hier in diesem Büro? Gary wurde immer unruhiger. Er zog ein buntes, seidenes, indisches Taschentuch hervor und wischte sich über die Stirn. Dann sah er hilfeflehend nach der Tür hinüber, hinter welcher Holmes jetzt ein verdächtiges Geräusch zu vernehmen glaubte. Irrsinn, heller Wahnsinn, flüsterte der Agent. Ich bin noch nicht zu Ende, fuhr Sherlock Holmes ruhig fort, indem er aufstand. Setzen Sie sich nur ruhig wieder in Ihrem Sessel vor dem Schreibtisch, Mr. Gary. Hier links ist die Tür zum Korridor. Sie sitzen dort und stellen Sie sich mal vor, ich bin Archibald Donaldson. Ich komme jetzt zur Tür herein, nachdem Sie mir aufgemacht haben. Sie haben sich eben vor Ihrem Schreibtisch niedergelassen und ich stehe hier am Rande des bunten Teppichs. Und da sage ich zu Ihnen, ich habe den Diamanten meines Vätters mitgebracht, da Sie sich ja vortrefflich auf die Schätzung solcher Juwelen verstehen. Ich habe aber nicht davon geredet, ganz wie Sie es wünschten, denn du lieber Gott, man ist Geschäftsmann und da will man eine kleine Maklergebühr gern mit in Kauf nehmen. So, nun sprechen Sie, Mr. Gary. Sie sagen zu mir, ach bitte, treten Sie näher, Mr. Donaldson. Mir wird das stehen schon schwer bei meinem zunehmenden Alter und so weiter. Zeigen Sie mir den Stein, ich werde ihn prüfen. Und nun taxieren Sie den Stein und nennen eine hohe Summe und sagen auch so nebenbei, dass Sie den Verkauf vermitteln wollen, natürlich unterzeugen, dass Sie sich verpflichten, diese ungeheure Summe zu beschaffen, dass Sie sich natürlich eine kleine Provision ausbedingen. Und dass diese zwischen Ihnen und mir, Sie müssen immer denken, ich bin Archibald Donaldson, geteilt wird. Und damit das alles sicher wird und dieser mündliche Vertrag festgelegt wird, schreiben Sie einen Zettel und verpflichten sich die Summe zu beschaffen und schreiben darauf die Maklergebühr und die Provision, wie Sie es nun nennen wollen und setzen Ihren Namen darunter. Darauf sagen Sie freundlich, mein bester Herr Donaldson, treten Sie heran und unterschreiben Sie ebenfalls mit Ihrem Namen. Und das tut er und tritt hier an die Ecke heran an den Schreibtisch und unterschreibt und dann Mr. Gary, da greifen Sie an Ihren kleinen vorstehenden Knopf, der da hinten an Ihrem Schreibtisch angebracht ist und drücken darauf. So. Gary sprang auf. Im selben Moment erhielt er einen Faustschlag von Sherlock Holmes, dass er zur Seite taumelte. Der Detektiv stand vor dem Schreibtisch, er drückte den Knopf an der dem Teppich abgewendeten Stelle. Ein dumpfer Schnappen ließ sich vernehmen. Gleich darauf folgte ein Krachen und ein dumpfer Aufschlag, als ob ein herabstürzendes Brett schwiehe gegen die Wandschlüge. Seltsames war geschehen. Mitten in dem bunten Teppich und zwar vor dem Schreibtisch klaffte eine viereckige Öffnung und darunter sah man ein schwarzes gähnendes Loch. Eine Falltür hatte sich urplötzlich geöffnet und die schwere Tür weiß gewesen, deren Verschluss Uhr plötzlich gelöst wurde und die jetzt hinunterschlug und mit dumpfen Anprall gegen die Wand klappte. Und da ist Archibald Donaldson hinabgestürzt, fügte Holmes mit wahrhaft metallener Stimme hinzu. Da hat man dem Betäubten mit leichter Mühe den Gar ausgemacht und den Diamanten abgenommen. Von Henry Donaldson aber dachte man durch Drohung den zweiten Diamanten zu erpressen. Und nicht Donaldson allein ist es gewesen, der hier sein Ende fand, nein, auch jene anderen, die man vermisste und von deren verbleibt niemand etwas ahnte. Es wird sich schon herausstellen, unter welchen Vorwand man sie hierher auf den Teppich an den verhängnisvollen Schreibtisch lockte. Das ist eine Menschenfalle, Mr. Gary. Der Alte stand kreidebleich, keines Wortes mächtig, halb gegen die Wand gelehnt. Sherlock Holmes aber sprang blitzschnell zurück an der Öffnung vorüber, nach dem Platz, wo er zuerst gesessen, um den Rücken zu decken. Jählings war die Tür aufgerissen worden und hereinstürzte eine jugendliche Gestalt, die einen herzzerreißenden Wehruf ausstieß. Es war Nauma, die Nichte des Alten Inders. Nein, nein, nicht mehr, rief das junge Mädchen verzweifelt. Es ist genug des schrecklichen Geschehen, schon wieder ein Opfer, nein, nein. Das war jetzt, der wie eine Bildsäule der kommenden Dinge harte, jedoch glaubte die Inderin, es sei wieder ein Unglücklicher in die Menschenfalle gestürzt. Auch hörte man von unten aus dem Kellerraum einige Männer durch eine Tür stürmen. Nauma sank unwillkürlich in die Knie, aber im letzten Augenblick kam ein Mann hinter ihr her gesprungen, ein junger, schöner Mann, in eleganter Kleidung, dessen wildverwegenes Gesicht verwutförmlich verzerrt erschien. Du hast uns verraten, schrie Hopkins, denn er war es mit förmlich brüllender Stimme, Du hast uns verraten, edle Dirne. He da, ihr da unten, kommt herauf, ihr seid hier notwendiger. Unten vernahm man Getrappel, als ob einige Leute rasch eine hölzerne Stiege heraufstürmten. Gleich sah man durch die offene Tür vier junge, gut gekleidete Männer in das Büro stürzen, Männer, deren Gesichter alle schlimmen Leidenschaften verrieten. Gut, sehr gut, sprach Holmes, da habe ich die ganze Gesellschaft beisammen, und ich habe auch meine Zeugen. Damit deutete er mit der Rechten auf Nauma, die mit weit aufgerissenen Augen in die Menschenfalle hinabstarrte. Der Agent verharrte hinter seinem Schreibtisch, ohne zu wissen, was er tun oder lassen sollte. Sherlock Holmes blickte auf den Agenten, dann wieder auf Hopkins und dessen Gefährten, die wahrhaft tigerartige Blicke auf ihn richteten. Aber eines schien der kühne Mann doch zu übersehen, nämlich, dass zur Linken der Fuhhang gelüftet wurde und ein boshaft grinsendes Gesicht in das Zimmer lugte. Es war Nansing, der Inder, welcher dort mit der Aufmerksamkeit eines Raubtieres die ganzen Vorgänge beobachtete. Ja, eine Zeugin, setzte Holmes mit Tönern der Stimme hinzu, und dieses junge Mädchen, welches nur gezwungen Zeuge der abscheulichen Taten war, Nauma, die junge Inderin, deren Herkunft ich ganz genau kenne, wird vor Gericht als Zeugin auftreten, und das genügt mit dem, was ich selbst gesehen habe. In diesem Augenblick stieß Hopkins ein gellendes Hohngelächter aus. Nein, sie wird nicht Zeugin geben, schrie der Verbrecher, der blitzschnell einen Revolver aus der Tasche gerissen hatte und die Mündung der Waffe auf die Schläfe des aufschreienden Mädchens richtete. Für ihn war Naumer jetzt gefährlicher als Sherlock Holmes. Erst wollte er die töten, welche die furchtbaren Aussagen machen konnte. Dann war es noch immer Zeit, mit dem Detektiv abzurechnen. Im gleichen Moment aber, wo Hopkins den Revolver hervorzog, hatte auch Holmes mit beiden Händen sogleich in die Taschen gegriffen und im nächsten Augenblick fielen zwei Schüsse. Hopkins hatte die Waffe nicht abgefeuert, deren Geschoss sicherlich den Kopf des jungen Mädchens zerschmettert hätte. Mit tödlicher Sicherheit hatte Schulk Holmes gefeuert, aber auch den einzigen Schuss getan, der in dieser gefährlichen Lage möglich war. Selbst wenn er Hopkins niederstreckte, hätte dieser vielleicht noch die Kraft gefunden, das unglückliche Mädchen niederzuschießen. Deshalb hatte Holmes dieser Meisterschütze mit blitzartiger Schnelligkeit auf die Waffe des Verbrechers gezielt und diese auch getroffen. Direkt vor Hopkins Finger zerschmetterte die Kugel den Kolben der Waffe, schleuderte den Revolver unbrauchbar beiseite und der Druck war noch kräftig genug, um auch Hopkins über den Boden rollen zu lassen. Den zweiten Schuss hatte der Inder abgefeuert, indem er direkt auf Sherlock Holmes Kopf zielte, aber er hatte dabei vergessen nämlich den Umstand, dass Holmes, wie man zu sagen pflegte, die Augen überall hatte. Im selben Moment, in dem der Inder auf Sherlock Holmes schoss, hatte sich dieser in die Knie geduckt. Die Kugel aus dem Revolver des Inders pfiff über seinen Kopf hinweg und schlug klatschend in die indische Dekoration, sodass einer der bemalten Holzgötzen mit lautem Getöse von seinem Konsolen herab rutzelte. Gleich darauf schoss Nansing zum zweiten Male, während er einen gellenden Schrei der höchsten Wut ausstieß. Aber erstens befand er sich in höchster Erregung und dann machte Holmes mit einer schnellen Drehung einen Sprung zur Seite, sodass auch diese Kugel ihr Ziel verfehlte. Mein brauner Freund, sprach Holmes, indem er seinerseits die eine Waffe hob, die er in den Händen trug. Ich muss euch unschädlich machen. Nansing suchte zum dritten Mal zu schießen und diesmal ein sicheres Ziel zu fassen. Aber Holmes kam ihm zuvor. Jetzt blitzte es vor der Mündung des Revolvers auf, den er in der Linken trug. Mit furchtbarem Wehe Geheul ließ Nansing seine Waffe fallen und wälzte sich mit Hattig in dunklen Vorhang Bissen. Inzwischen hatte es hinter Sherlock Holmes unablässig geknickt und geknackt. Die vier Gefährten des verbrecherischen Hopkins hatten funkelnagelneue Revolver hervorgezogen und dieselben auf Holmes gerichtet in der besten Absicht diesen gehassten Mann, dem sie mehrere Jahre schweren Kerker verdankten, über den Haufen zu knallen. Dämt, schrie einer der Männer, sie versagen, die verdammten Waffen-Hopkins, was soll das bedeuten? Sherlock Holmes hatte sich soeben davon überzeugt, dass Nansing ihm nicht mehr gefährlich werden konnte und den Revolver des tückischen Inders mit einem Fußstoß nach der Korridortür gestoßen. Jetzt wendete sich der Detektiv ganz gelassen um, indem er mit Augen, in denen der Spott funkelte, die bestürzten Banditen betrachtete. Ah, jetzt greift ihr nach den Messern, sprach er. Nun, dann ist es auch wieder Zeit, dass ich mich mit euch beschäftige. Jetzt schleunigst, die Messer hingelegt und die Hände hoch. Die Revolver könnt ihr meinetwegen ruhig behalten. Damit könnt ihr sogar weiter auf mich knipsen. Aber die Messer weg. Ich habe zehn Schüsse übrig. Und wie ich schieße, davon habe ich eben an dem trefflichen Hopkins einen Beweis geliefert. Schöne Revolver, funkelnagelneu, tadellos. Hopkins, Sie haben prächtig eingekauft, das muss man ihnen lassen. Ausgezeichnet. Sie haben auch kein Geld gespart, ich weiß es, die Revolver kosten durchschnittlich 30 Schilling, ein hübsches Geld. Sie hätten auch geschossen und ich bin fest davon überzeugt, dass ich jetzt mit Kugeln gespickt wäre, wenn die Patronen losgegangen wären. Aber seht mal, seitdem die Londoner Waffenhändler selbst die Altwarenhändler die neuen Instruktionen von der Polizeibehörde erhielten, da haben sie sich ganz besondere Patronen angeschafft, die Personen verabreicht werden, denen man nicht recht trauen darf. Natürlich geschieht das nur dann, wenn ihnen Warnung zugeht und dafür sorgte ich. Sehen Sie Hopkins, als Sie gestern Abend Ihren Gefährten sagten, Sie wollten Revolver kaufen und auch Patronen, die dazu gehören, da habe ich dafür gesorgt, dass Sie die nötigen Geschosse erhielten, in denen zwar die Bleipille sitzt, aber bei der Sie statt des Pulvers einfach schwarzen Streusand finden. So, nun könnt ihr nach Belieben weiterknipsen, so viel ihr wollt, aber der Streusand geht bei Westen Willen nicht los. Hopkins, bleiben Sie mal ruhig da, wo Sie sich befinden, den Revolver können Sie doch nicht mehr gebrauchen, ohne Kolben kann man nicht schießen, und und das Ding ist verbogen. Ihr seid mit dem Teufel im Bunde, Holmes, kreuchte Hopkins, woher habt ihr das alles gewusst? Es muss Ihnen genügen, dass ich es weiß, erwiderte Sherlock Holmes mit eisiger Kälte. Man muss sich immer erst genau umsehen, ehe man Dinge schwatzt, die ein anderer hören kann. Aber ich glaube nicht, Hopkins, dass Sie je wieder in der Lage sein werden, diese meine wohlgemeinten Ratschläge zu befolgen. Wenn mich nicht alles täuscht, werden sie hängen. Ich habe es Ihnen schon voraus gesagt. Heute ist Freitag und morgen sollte ich schon tot sein. Ich glaube aber Hopkins, ich lasse Ihnen keine Zeit mehr, Ihre Absicht auszuführen. Dreimal habe ich Ihnen das Vergnügen gestört. Mit dem Blasrohr, mit der Brillenschlang und hier im Büro, wo es eine so schöne Gelegenheit gab, mich um die Ecke zu bringen. Hopkins, glauben Sie denn, ich sei solch ein Narr und hätte nicht gewusst, dass sich hier ein Magazin befunden hat und dass hier eine Falltür war? Sind Sie so töricht gewesen, mich täuschen zu wollen? Der Ausschnitt im Teppich ist sehr geschickt hergestellt, ganz geschickt, natürlich nur, wenn man nicht näher hinsieht. Und der Hebel am Schreibtisch, der die Falltür öffnet, ist ja auch soweit ganz sinnvoll angebracht. Nur hat der Agent da drüben in seiner Zerstreuung und Erregtheit mit dem Finger daran gespielt und mich dadurch noch aufmerksamer gemacht, als es nötig war. Halt Hopkins, hier geblieben, Sie kennen mich, machen Sie eine Bewegung nach der Tür, um zu entwischen, so sorgt eine Kugel dafür, dass sie zunächst mit dem Arzt Bekanntschaft machen, ehe der Henker dafür sorgt, dass sie unschädlich sind. Sherlock Holmes spottete jetzt nicht mehr. Er hielt seine beiden Waffen auf die Verbrecher gerichtet, er hielt den verwutstöhnenden Hopkins mit einem Revolver in Schach, während er mit dem zweiten die vier Männer bedrohte, welche ihre unbrauchbaren Revolver mit wilden Flüchen zu Boden schleuderten. Meine Leute werden gleich hier sein, sprach Holmes. Die Behörde ist benachrichtigt und da hier geschossen worden ist, so dürften sie bald eindringen. Es dauert nur noch so lange, bis der Schlosser draußen aufgemacht hat, da sind sie schon. Im selben Moment stürmten einige Kriminalbeamte in Zivil von einigen Polizisten gefolgt in das Büro und blieben überrascht von dem Anblick, der sich ihnen bot, am Eingang stehen. Treten Sie noch näher, Herr Inspektor, rief Sherlock Holmes dem Beamten zu, welcher die Leute führte. Es sieht ein bisschen sonderbar hier aus, aber ich habe dafür gesorgt, dass wir die Burschen alle lebend bekommen. Fesseln Sie Hopkins, denn das ist der Gefährlichste zuerst, dann die anderen. Der Inder hat einen Denkzettel bekommen, es blieb mir nichts anderes übrig. Das junge Mädchen aber, welches ohnmächtig am Boden liegt, das nehme ich in meine Ohrput. Das unglückliche Geschöpf ist unschuldig an den Freveln, die hier vorgefallen sind, und sie wird Zeugnis ablegen, was hier geschah, wenn ahnungslose Menschen an den Schreibtisch herantraten und durch diese Klappe hier, die sie geöffnet sehen, in die Tiefe stürzten. Mein lieber Inspektor, Sie können in der Chronik der letzten unaufgeklärten Fälle vier streichen. Es wird sich zeigen, wo die Unglücklichen geblieben sind. Das letzte Opfer eines raffiniert schlauen Anschlages ist der unglückliche Archibald Donaldson gewesen. Es war Sonnabend vormittags gegen elf Uhr als ein Wagen vor dem willenartigen Gebäude hielt, in welchem die Geschwister Donaldson wohnten. Henry Donaldson, der gerade am Fenster stand, sah Holmes aussteigen und sprang eilig hinab, um den Mann, dessen langes Ausbleiben ihn bereits beunruhigt hatte, zu begrüßen. Als er unten ankam, trat ihm Sherlock Holmes schon entgegen, der Wagen aber blieb vor der Villa halten, als ob Holmes denselben Zurückfahrt benutzen wollte. Warum haben Sie sich so lange nicht gemeldet? rief Henry Donaldson aufgeregt. Sie glauben gar nicht, wie ich mich geängstigt habe. Es sind indessen noch zwei Drohbriefe eingelaufen und in einem ist bereits der Ort bestimmt, wo ich den Diamanten das Vermögen meiner Schwester niederlegen soll. Das habe ich erwartet, erwiderte beruhigt sein und die Drohbriefe beiseite werfen. Ihnen droht nicht die geringste Gefahr mehr. Ich habe dafür gesorgt, dass diejenigen, welche ihnen in der Tat gefährlich werden konnten, hinter Schloss und Riegel sitzen. Holmes war bei den letzten Worten in die Wohnung der beiden Geschwister getreten. Er griff in die Tasche, holte eine kleine Papierschachtel hervor und öffnete diese. Ist das der Diamant, den Sie Ihrem Vetter Archibald Donaldson anvertrauten? Ja, ja, rief Henry Donaldson überrascht auf das Kleinod starrend. Er ist es. Aber wo ist Archibald? Haben Sie ihn gefunden? Ja, und noch drei andere Männer, erwiderte Holmes, während seine Stimme einen metallenen Klang annahm. Fragen Sie nicht weiter danach, Mr. Archibald hat Sie nicht betrogen, sondern ist als Opfer seines großen Vertrauens Gefallen. Er ist tot, riefen die beiden Geschwister. Sherlock Holmes Schweigen sagte mir als Worte. Plötzlich schob Henry Donaldson den Diamanten, der auf dem Tisch lag, mit einer hastigen Gebärde zurück. Nehmen Sie ihn, Mr. Holmes, rief der junge Mann. Sie haben uns vielleicht vor dem schlimmsten Schicksal bewahrt, und der Diamant, den Zukunft. Ich nehme den Diamanten, sprach Sherlock Holmes, aber ich will Ihnen jetzt mit wenigen Worten etwas erzählen, was Sie unbedingt erfahren müssen. Wir wollen über das Ende Ihres Vaters schweigen. Er ruht in der Erde, und keine Macht der Welt kann ihn ins Leben zurückrufen. Die seltsamen Papiere, welche Sie mir anvertrauten, Herr Donaldson, habe ich nach einiger Mühe entziffert. Sie enthalten ein seltsames Bekenntnis. Ihr Vater hat während seines langweiligen Garnisonslebens in Indien an Mysterien einer Vereinigung gefallen gefunden und ist Mitglied einer Sekte geworden, welche ihre Herkunft von alten Fürsten ableitet. Zuletzt schienen nur noch sehr wenige von den Mitgliedern dieser Sekte übrig geblieben zu sein. Genug. Ihr Vater hat sich mit einer jungen schönen Inderin der Tochter eines der überlebenden Mitglieder nach indischer Sitte vermählt, nachdem er Witwer geworden war. Die Inderin, welche sehr schön sein gewesen muss, war seine rechtmäßige Gattin. Das einzige also, was man ihren Herrn Vater zum Vorwurf machen kann, ist der Umstand, dass er sich geschämt hat, von dieser Ehe zu sprechen. Als er nach England zurückkehrte, ließ er seine Frau und sein Kind zurück. Die Inderin starb aus Sehnsucht nach dem Gatten, der nicht zurückkehrte, und das Kind. Wo ist es? riefen Elise und Henry wie aus einem Munde. Haben wir einen Bruder oder eine Schwester? Eine Schwester, entgegnete Holmes, ein holdes junges Geschöpf, dessen Ähnlichkeit schon allein dafür birgt, dass sie die Tochter des Majors Donaldson ist. Alles andere aber finden sie in den Papieren des Toten, die ich ihnen entziffert, in wenigen Tagen zurückgeben werde. Der Ohrheim des Kindes kam nach England, um den Major zu zwingen, dass er das Kind als das seinige anerkenne. Da begann die Strafe, welche ihr Vater für sein Schweigen verdient hatte, denn der Inder, ein rachesüchtiger, jähzorniger Mensch, hat ihren Vater unablässig mit Drohungen gepeinigt fiel Henry Holmes ins Wort. Ich habe mehrmals einen Mann mit braunem Gesicht, der europäische Kleidung ab einen Turban trug, aus dem Zimmer meines Vaters kommen sehen, der sich nach solchen Besuchen stets in furchtbarer Aufregung befand. Nun, es ist derselbe, erwiderte Holmes, leider kann er nicht mehr sprechen. Er hat nämlich gestern, als ich endlich das Ziel erreichte, nach welchem ich strebte, einen unbewachten Moment benutzt, um Gift zu nehmen, welches er mit sich führte. Er war sofort tot. Aber es ist auch gut, denn ich glaube, sein Tod bedeutete eine bessere Zukunft für das junge schöne Geschöpf, welches der Mann schlimm genug behandelt hat. Wo ist sie? riefen die beiden Geschwister wieder. Mr. Holmes, Sie wissen, wir werden sie mit offenen Armen aufnehmen. Die scharfen grauen Augen des Detektivs schienen einen Augenblick ihre Klarheit zu verlieren, es ging wie ein Schleier darüber hin. Kein Zweifel, es gab auch Dinge, die diesen Mann von Eisen brührten. Also wirklich, sprach er, nun Mr. Donaldson und Sie Miss, ich habe es offen gesagt von Ihnen nicht anders erwartet, und so will ich nur das eine sagen. Als ihr sah der Inde allein, das allzu scharf rattig macht. Nun wollte er wenigstens die Diamanten besitzen, welche der Major als Heiratsgut erhielt und auf welche der unheimliche Mensch Ansprüche machte. Der Zufall rührte ihn mit den Verbrechern zusammen, denen er sein Geschick erzählte. Diese Schurken wussten es mit raffinierter Schlauheit dahin zu bringen, dass der unglückliche Archibald Donaldson den Diamanten bei einem ihrer Komplizen schätzen lassen wollte. Den Diamanten nahm der Inde an sich, ich habe ihn bei dem Toten gefunden. Den zweiten Diamanten begehrten die Verbrecher für sich. Vielleicht hätten sie auch den Inder später getötet und ihm den zweiten Diamanten abgenommen. Hopkins und seine Genossen war ja alles zuzutrauen. Sie sind also wirklich entschlossen, die Tochter ihres Vaters als zweiter Ehe aufzunehmen, fragte Sherlock Holmes nach einer kurzen Pause. Ja, ja, riefen die Geschwister wie aus einem Munde. Holmes ging hinaus, ohne ein Wort zu sagen. Die Geschwister eilten ans Fenster und sahen, wie Holmes durch den Vorgartenschritt an den Wagen trat und einer verhüllten weiblichen Gestalt beim Aussteigen behilflich war. Sie zitterte und wankte, Holmes führte sie sorglich in das Haus und die Treppe hinauf, bereits der verhüllten entgegen eilte. Hier ist ihr neues Heim, sprach Holmes zu dem jungen Mädchen und seine sonst so scharfe Stimme klang ungewöhnlich mild. Hier finden sie eine neue Heimat an dem Herzen braver und edler Menschen. Henry Donaldson prallte ordentlich zurück, als die Kapuze des Mantels herabfiel und er beinahe Elises Abbild vor sich sah. Kein Zweifel, das war die Tochter des Major Donaldson, bei der nur die leicht gepräunte Haut und der eigenartig schmachtende Ausdruck der dunklen Augen auf die indische Mutter hindeuteten. Schüchtern stand das Wesen vor den beiden Geschwistern. Elisa Aber presste Naumer sofort an die Herz und wollte sie nach ihren Gemärchen führen. Halt noch einen Augenblick, sprach Holmes, ich bin jetzt überflüssig und ich will nicht weiter stören. Herr Donaldson, Sie haben mir den Diamanten geschenkt, als Entgelt für meine geringen Dienste und mit dem Recht des Besitzers lege ich ihn hiermit in die Hände Naumas, deren Eigentum der Diamant fortan sein soll und nun seien sie recht glücklich. Halt Halt rief Henry Donaldson. Er eilte Sherlock Holmes nach, aber er sah nur noch die hagere Gestalt des berühmten Detektivs in die Drosch gesteigen. Noch einmal blickte das geistreiche Gesicht Sherlock Holmes zu dem Fenster empor und dann entzog ihn der schnell davon rollende Wagen den Blicken der Nachschauenden.